Wir reisen heute ins Königreich der Tiere, beziehen dort Quartier im Royal Hotel, gucken uns einen neuen B-Movie von Jason Statham an und trinken noch ein paar Bier am Tele-Stammtisch. Willkommen zu Kino Plus. Erster Kontakt trifft sich. Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe Kino Plus. Und falls es nicht ganz angekommen ist, beziehungsweise der Korrektheit halber, nochmal frohes neues Jahr da draußen an den Empfangsgeräten. Wir sitzen heute hier in einer völlig neuen Konstellation und mit einem Gast, der zum ersten Mal, die zum ersten Mal, hier bei uns auf der Couch Platz nimmt. Die liebe Schlogger. Dankeschön, genau. Yes. Die gehört nämlich mit zur Crew von dem Tele-Stammtisch, zu dem auch unser lieber Kollege Timo gehört, der ja schon ein paar Mal hier war. Aber jetzt ist Schlogger zum ersten Mal am Start. Macht nebenbei, ja, Illustratorin, Comiczeichnerin, Autorin. Und den Job, den du darüber noch machst, den ich immer noch nicht so ganz verstanden habe, den lasse ich jetzt mal außen vor. Aber es ist auf jeden Fall eine spannende Geschichte, diese Visualisierung von irgendwelchen Geschäftsberichten. Irgendwelchen Inhalten, irgendwas gezeichnet. Und die liebe Antje ist natürlich auch noch am Start. Hallo. So, ja, herzlich willkommen bei uns hier auf der Couch. Ich hoffe, es wird ein entspannter Ritt. Wir haben ein bisschen was auf der Uhr. Wir wollen ein wenig über News labern. Unter anderem sind ja die Golden Globes verliehen worden. Darüber sollten wir, glaube ich, immer ein paar Worte verlieren. Aber es gibt auch ein paar Neustarts. Ich habe auch noch ein paar Streaming-Starts, die ich noch mal erwähnen möchte, weil sie zu spät letztes Jahr kamen, um sie noch mal in irgendeiner der anderen Sendungen mit unterzubringen. Und ich hoffe, das geht alles irgendwie so halbwegs gut runter. Oder beziehungsweise verläuft halbwegs gut in der Zeit, die wir zur Verfügung haben. Jetzt wollte ich noch eine Sache sagen. Ach ja, es werden ein paar News heute nicht thematisiert. Ihr werdet euch vielleicht fragen, warum dem so ist. Wenn dem so ist, keine Panik. Wir gehen nächste Woche auf viele News ein, die jetzt auch noch mal kurz gestartet oder beziehungsweise kurz vorher bekannt geworden sind. Unter anderem die Verschiebung des Filmstarts Mickey 17 von Bong Yong-ho. Darüber werden wir nächste Woche sprechen, denn wir machen nächste Woche mit Eddie und dem lieben Wolf, so wie es aussieht, eine kleine Jahresvorschau. Und da werden wir eben auf all diese Filme und Themen dann eingehen. Und werden jetzt heute uns noch mal konzentrieren auf das, was zuletzt so sich an News angesammelt hat, was wir hier ganz gerne mal besprechen wollen. Denn ich hab eine News dabei. Bin ich gespannt, ob du dich drüber freust oder ob du sagst, ach nee, will ich lieber nicht. Oh, jetzt bin ich gespannt. Vor allen Dingen hab ich im Vorfeld auch die News gelesen, aber ich kann das jetzt gerade keiner davon zuordnen. Sondern du meinst, den, den, einen gewissen Film, der mich null interessieren wird. Okay, aber es gibt einen gewissen Darsteller, den du ja doch sehr gerne magst, obwohl er nicht die allerbesten Filme macht. Ich bin sehr gespannt. Guter Cliffhanger. Dann hat er dich lecker gemacht. Aber wir sind erst mal, oder ich bin erst mal gespannt auf das, was ihr zuletzt gesehen habt. Jamie Dornan. Jamie Dornan hast du zuletzt gesehen? Nein. Das ist der Darsteller, weil du meinst. Nein. Nein. Was hast du denn zuletzt gesehen? Oh, Daniel, viel. Ja? Nee, 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 nee. Nee, nee, nee. Wir haben heute ein straffes Programm. Ich habe, okay, also, ich bin in einen Strudel geraten aus Serien bei Netflix. Ach, schon wieder diese Serien? Ja, ich bin jetzt, ich habe jetzt innerhalb von zwei Wochen ... Richard Armitage, Tasch. Ja, also, damit hat es angefangen. Ich habe innerhalb von zwei Wochen sieben Serien durchgeguckt. Das heißt, es ist so viel, wie ich so in zwei Jahren ungefähr gucke. Denn ich war krank um die Weihnachtszeit und habe angefangen. Ich rate sie nur einmal durch. Ich habe angefangen mit Paranoid. Das ist eine 2016er britische Serie über eine ermordete Mutter auf einem Spielplatz. Dann habe ich Der Kastanienmann geguckt. Die ist, glaube ich, relativ bekannt. Das ist so eine skandinavische Serie über einen Serienkiller, der Kastanienmännchen am Tatort hinterlässt. Dann habe ich angefangen mit Ich schweige für dich. Wer einmal lügt. Ich sage gerade zu allen, sage ich gleich was. Wer einmal lügt. In ewiger Schuld. Safe. Und jetzt, gestern frisch beendet, kein Friede den Toten. Ich bewechsel den Beruf. Ich habe davon nichts gesehen und noch nicht mal davon gehört. Ja, das ist auch ... Ich muss dazu sagen, ich habe vor Jahren mal eine Serie gesehen, die hieß The Five. Das ist eine BBC-Serie gewesen. Die habe ich sehr, sehr hoch gelobt. Das war eine Miniserie von sechs Folgen. Die fand ich ganz toll. Die ist, glaube ich, nirgendwo groß gelaufen. Die ist auch nicht groß bekannt. Die habe ich mir damals auf Blu-ray geholt. Und der Autor dieser Serie heißt Harlan Coben. Das ist offenbar ein sehr bekannter Thriller-Autor. Und der hat ein Deal mit Netflix gemacht, dass 18 seiner Bücher zur Serie werden. Es gibt mittlerweile schon, ich glaube, neun. Und die, die ich gerade genannt habe, die letzten vier ... Nein, die letzten fünf, sind alle von D. Okay. Und das Interessante ist, es gibt noch ... Ich freue mich total. Ich habe ja noch ein paar, die jetzt kommen. Ich glaube, sechs sind schon draußen. Bitte? Neun. Hast du insgesamt noch die kommen? Nee, das sind noch nicht alle abgedreht worden. Ich glaube, ich habe irgendwie noch fünf oder sechs. Und die sind auch aus unterschiedlichen Produktionsländern. Das heißt, irgendwie die britischen habe ich schon durch. Es gibt zwei polnische, es gibt zwei spanische und es gibt eine französische. Also, da sind auch ganz unterschiedliche Produktionsländer daran beteiligt. Und um mal zusammenzufassen, was das ist, das sind wahnsinnig konstruierte Thriller, Dramen, die alle ihre eigene Struktur haben. Es geht immer darum, dass Geheimnisse aus der Vergangenheit sich in die Gegenwart überschwappen. Es ist immer irgendein Polizist. Bislang, in allen fünf Serien, die ich gesehen habe, ist immer ein Polizist dabei, der mit in das Ganze involviert ist, was man sehr schnell erfährt. Und es geht um Tote und halt um Geheimnisse, wie gesagt. Und in den ersten drei Serien war Richard Armitage dabei. Und ich habe für den irgendwie eine Schwäche entwickelt. Das ist kein guter Schauspieler. Das ist kein guter Schauspieler. Als Zwerg fand ich ihn gut. Das ist sehr lange her, dass ich das gesehen habe. Aber es ist kein guter Schauspieler, seien wir mal ehrlich. Aber der ist halt dabei. Und der ist halt ... Ach, der ist doch nett anzugucken. Ey. Aber der ist nur bei den britischen Sachen dabei gewesen. Aber das ist zu Hause so ein bisschen so ein geflügeltes Wort gewesen, dass wenn Tobi und ich dann uns irgendwie einen Film zum Gucken ausgeben haben, habe ich immer gefragt, dass Richard Armitage dabei ist. Und zwar da abgelehnt. Also, ich bin jetzt großer Richard Armitage. Und sind die denn irgendwie spannend? Ja, die sind. Also, das ist jetzt kein Succession. Das ist so eine Stufe unter The Watcher von der Konstruktion her. Weil die sind so Hanebüchen konstruiert, dass es total spannend ist, wie sich die jetzt mal auflösen. Also, es ist mehr eine morbide Faszination. Ja, aber die sind auch ... Also, die sind schon wirklich absolut hochwertig produziert, sind sehr clean. Also, jetzt im wahrsten Sinne des Wortes. Also, die sehen sehr, sehr clean aus. Sex und Gewalt? Bei der letzten, die ich geguckt habe, schon. Aber da war es mir dann tatsächlich doch zu düster. Da ging es dann wirklich um Kinderprostitution und so. Das war mir dann zu viel. Aber immer unvorhersehbar. Also, nicht nach Schema F. Genau, immer unvorhersehbar, weil es halt so quatschig ist. Da hast du auch fünf davon gesehen. Wenn das immer so gleich wäre, jetzt nach zwei vielleicht gesagt, gut, jetzt machen wir was anderes. Genau, genau. Das klingt ein bisschen wie die Hallmark-Filme der Thriller-Serie. Ja, aber das ist gemein. Das ist schon ein bisschen hochwertiger. Und die eine, die jetzt am 1. Januar rausgekommen ist, die ist auch in den Charts drin. Ja, in das. Dann muss es gut sein. Welche war das denn? In ewiger Schuld. Das verschwimmt alles total. Ich glaube, das ist das Einzige, was ja auch bestimmt mal mir aufgeploppt ist. Ansonsten habe ich wirklich von den ganzen Dingen nichts gehört. Das, was du über Harlan Coben erzählt hast, das wusste ich irgendwie. Aber ich wusste nicht, dass das alles von dir bleibt. Aber was ich total spannend fand, als ich den dann gegoogelt habe, der ist ja wirklich wahnsinnig bekannt. Und auch mit ganz vielen Preisen und so weiter ausgezeichnet. Hat auch eigene Reihen irgendwie. Und wie gesagt, also ein 18-Bücher-Netflix-Stil, den muss man sich auch erst mal erarbeiten. Und es ist, man muss es eingeben bei Netflix Harlan Coben-Kollektion, dann kriegt man alle auf einen. Ist der Nicholas Barks der Thriller dann? So ein bisschen, ja. Glaube ich auch. Ja, das sind dann diese Bubbles, von denen man erst über nach und nach, also in die muss man erst reinschlittern, egal wie sehr man sich ... Und genau das ist mir jetzt passiert. Ich komme da nie wieder raus. Das ist ein Rabbit Hole. Wirklich, wirklich. Es ist das Richard Armitage Harlan Coben Rabbit Hole. Ich will aus dem auch gar nicht da raus. Warte mal, das ist eine Intervention. Du kommst da raus, wir schaffen das. Ja, aber ich glaube, wenn ich mit denen, die jetzt da durch sind, dann kommt ja die nächste wahrscheinlich. Und ... Sei doch froh, du hast bis zu 18. Du hast die Aussicht auf 18 verschiedene Serien, die alle gleich sind. Und was ich sehr spannend fand, und dann bin ich auch durch, ich hab jetzt die erste Spanische beguckt. Wie gesagt, ich fand die nicht so gut, aber die war von Oriol Paolo. Und den kennen wir von Der unsichtbare Gast. Und The Buddy. Genau. Und da kommt dann doch ... Guck mal, das ist für mich gemacht, Daniel. Ja. Ich merk es gerade. Ich hab auch ... Ich fang heute die nächste an. Sehr gut. Ich fang heute die nächste an. Ey, aber das ist dann so ... Das ist dann dieser Content, von dem man sich immer fragt, für wen macht Netflix das? Ja, für Antje. Für mich. Und wie gesagt, also diese ... In ewiger Schuld. Ich glaub, Platz 8 war die zuletzt, als ich das gesehen hab. Also, ich bin nicht die einzige Leute. Aber dann bei den Serien, ne? Bei den Serien. Nicht insgesamt. Oh, das weiß ich gar nicht. Oder gibt's ... Gibt es eine insgesamt? Ja, gibt es. Also, die ist ... Fool me once. Heißt die im Original. Und wird ja gerne mal auch im Original dann auf der Kachel wird die ja gerne im Originaltitel angezeigt. Ja. Und die haben alle so geile Vorspäten. Bei mir wird sowieso mittlerweile noch alles Original angezeigt, weil ich halt durch die indischen Filme alles auf Englisch gestellt hab. Und ich hab mir halt während den Weihnachtsfeiertagen ziemlich viele indische Filme reingezogen, weil die halt auch ihre Zeit brauchen. Also, ich bin bei einem indischen Film nicht ungefähr bei deiner Serie. Ja, siehst du mal. Das ist unser Revitable, ja. Ja, das ist unser Revitable. Leo und Jigga Tanda, Double X und so weiter, das war schon alles ziemlich geil. Aber wie gesagt, ich kann das halt ... Ich mochte ja The Watcher. Und es ist so eine Stufe da drunter. Okay. Er bitte erwartet kein Succession, kein Breaking Bad, sondern ... Sowieso nicht. ... was seicht ist. Sowieso nicht. Timo. Ich mach's kurz. Ich hab, wir reden ja nachher über The Royal Hotel und ich hab von Kitty ... Hörst du Kitty Green? Kitty Green, ja. Da hab ich The Assistant mir angeguckt. Sehr gut. Super Film. Den könnt ihr, glaub ich, bei irgendeinem Arthouse-Channel bei Prime gucken. Gibt's sieben Tage kostenlos. Und den fand ich gut. Also, der hat diese eine wirklich richtig gute Szene mit, ich glaub, Matthew McFadden und Julia Gartner, wo sie quasi Sachen offenbaren möchte, über ihren Boss und er fängt ganz nett an. Und er sagt so, ja, Verständnis. Und ja, wir können mir alles sagen. Und dann am Ende ist das so, was machen sie hier grade? Ja, genau. Sie wollen doch Karriere machen. Also, sag ich im Motto, sei still. Und ich sag, wir haben hier gar nix. Kennst du den? Gehen sie weg. Da geht es um eine Assistentin, ja? Eine Sekretärin, Vorzimmerdame, eines Filmproduzenten. Und die dann halt mitkriegt, dass irgendwas hinter den Kulissen mit Schauspielerin nicht so ganz grün läuft. Und sie macht den Fehler, sowohl dieser Schauspielerin einen Rat zu geben, als halt auch, naja, sich irgendwie da mehr einzumischen, als es eigentlich für sie gut ist. Sie ist immer so ein bisschen in der Zwickmühle, dass die Frau von dem Produzenten immer nur mit ihr sprechen möchte am Telefon. Und die beiden, das sind ja so zwei Vorzimmermänner auch, und die quasi immer sagen, ja, mach mal. Die will nur mit dir reden. Und dann wird er irgendwann ausfallen, also der Produzent, den man nie sieht. Und dann ecken die immer wieder, dann soll sie immer sich entschuldigen per Mail. Und das wird irgendwann so unangenehm, weil die beiden dann immer dazustoßen und auch gucken, ja, sag nochmal, dass du auch die wirklich, also, das geht jetzt auf dich. Und das ist so, ist wirklich unangenehm. Es ist ähnlich wie nachher bei The Royal Hotel. Es ist halt nie so, dass du denkst, so, jetzt kommt so dieser Peak. Also, es klettert so ein bisschen aus, finde ich, oder kleckert aus. Aber, guck ich mich an. Es ist halt das Schlimme, es ist nicht so eine typische Filmgeschichte, wo es dann am Ende auf irgendwas hinarbeitet, oder du halt irgendwie so eine Erkenntnis hast, oder vielleicht sogar erzählerisch irgendwie, sag ich mal, eine Lösung gefunden wird, oder sonst irgendwas. Sondern es bleibt halt bei dieser Momentaufnahme. Ja, so slice of life-mäßig dann. Genau. Und, ähm, naja, wenn man dann halt hört, okay, das sollte eigentlich Miramax sein, ist das halt schon wieder eine ziemlich geile Idee. So, ja. Und weil der Film hält sich halt schön dezent zurück. Komplett. Ja. Also, du wirst nicht einmal irgendwelche Namen hören oder sonst irgendwas, oder? Du siehst einmal Patrick Wilson, der im Aufzug steht. Den kenn ich. Dann auch da irgendwann am Handy was macht, und der sagt auch nix, und sagt nur irgendwie, und das fand ich ganz angenehm. Fühlte sich dann für mich so ein bisschen an, weil ich SheSat4S vor ein paar Monaten nachgeholt hatte, wie so das Spin-Off dazu, oder die Vorgeschichte quasi. Ja. Also, der so ein bisschen das erzählt, so wie's ... Oder Spin-Off find ich eigentlich ganz passend, ja. Nee, den fand ich gut. Ansonsten hab ich, ich hab schon echt viel gesehen, aber ich halt's kurz, da war viel dabei, worüber wir heute reden. Ich hab lustigerweise die Hobbit-Trilogie geguckt. Wo wir heute Abend mit den Tisch waren. Extended oder normal? Extended. Es war auch immer so, ich hab die mit meiner Frau geguckt, an einem Tag, und das war so ... Alle drei Hobbit-Filme, Extended an einem Tag? Die Kinder waren aus dem Haus. Da gönnt man sich mal was. Da gönnt man sich mal. Aber ich hätte mir, glaub ich, was anderes gegönnt, ist aber nicht böse gemeint. Die sind schon, das zieht sich. Ja, vor allem in der Extended. In der Extended, und das war immer so ... Hast, damals schon ... Also, ich glaub, ich hab den ersten zweimal gesehen, den zweiten, zweimal, den dritten, hatt ich wirklich nur ein einziges Mal gesehen. Und das war wirklich, ich hab keine Unterschiede erkannt, dachte einfach nur, Mann, ist das lang. Ja. Das ist echt, das verlangt viel Sittfleisch, weil ja am Ende, es passierte eigentlich fast gar nichts. Und es ist so erstaunlich, ne? Bei Herr der Ringe weiß ich noch, was, da kommen Extended-DVDs, was, der ist ne Stunde länger? Geil, 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 geil. Und ich saß da, ich hab mir diese drei DVD-Boxen von den Extended-Fassungen, die hab ich mir alle nacheinander geholt und sofort vor den Rekord-, äh, vor den Rekorder, vor den Player gehockt und hab das angeguckt und fand's so geil, was da an neun war. Bei Hobbit hab ich gar nicht das Verlangen gehabt, die Extended-Fassungen zu gucken. Hab die dann irgendwann gesehen und hab mir gedacht, ja, das ist sportlich. Also, das ist einfach noch mal noch mehr von etwas, was du noch nicht so lang, also, was du ohnehin schon nicht so lang sehen wolltest. Und jetzt dann noch mal in jeweils, was, drei, vier, auch noch mal Stunden? Ja, also, ich glaub, der Längste geht dann knapp drei. Aber es ist dann auch der, also, ich find den ersten ja auch so, der zieht sich so in dem ersten Teil, wenn sie irgendwann auf der Reise sind, geht's dann ja. Der zweite ist immer noch gut, find ich. Der zweite ist wirklich, da ist natürlich auch Cumberbatch als Smaug da sehr präsent. Und aus drei, ich erinnere fast wieder nix mehr, außer diese Lego-Szene, nenn ich die immer, mit Legolas, der auf den Stein rumspringt. Ja, ich mag das, ähm, wenn sie am Ende hoch da auf diesen Berg gehen und dann ist da diese Eisfläche, wo sie auf die Eisfläche kämpfen, das fand ich auch, das zieht sich alles so derartig in die Länge, ey. Und diesen, diesen, was ist es? Es ist kein, es ist kein Org, oder? Der weiße. Ein Uruk-Kai? Nee, es ist auch kein Uruk-Kai. Eigentlich irgendwas dazwischen. Irgendwas dazwischen, glaub ich. Der mit der Hakenhand. Der mit der Hakenhand, genau. Ja, genau. Also, ich glaube, es ist tatsächlich, also, ich meine mal gelesen zu haben, dass es ein Org ist, der sich irgendwie ein bisschen weiterentwickelt hat oder so, aber da sind die Tolkien-Fans wahrscheinlich, äh, ey, schreib's gern, die Kontakte. Ich weiß es wirklich nicht mehr und ich möcht mich auch gar nicht, hier, ich möcht gar nicht mit irgendwelchem Halbwissen deletieren. Ja, der letzte Film, den du gesehen hast, Schlugge, ist gleichzeitig der letzte Film, den ich gesehen habe und ich finde, das sollte man, glaub ich, hier schon mal erwähnen, denn ich möcht mich für diesen Film stark machen. Der sollte gesehen werden, ähm, denn die Wahrscheinlichkeit ist groß, dass er von nicht so vielen Leuten gesehen wird. Ich hoffe, durch die ganzen Awards, die jetzt überall aufploppen und die ganzen Nominierungen, wird er ein bisschen größeres Interesse mit sich bringen, aber ich könnte mir halt vorstellen, dass es trotzdem nicht genug Leute sind, die den Film gucken, aber wir haben The Zone of Interest gesehen. Worum geht's? Na, äh, Zone of Interest, äh, sind wir bei einer Familie, die ein wunderschönes Anwesen haben, was aber neben einem Konzentrationslager liegt, denn sie sind die, äh, Familie eines Nazi-Oberkommandeurs. Und wir sehen hier einfach, wie sie so ihr alltägliches Leben beschreiten, ihren schönen Garten züchten, während im Hintergrund wunderbare Geräusche zu hören sind. Ja. Und mehr sieht man eigentlich nicht. Also, der Film hat keine große Handlung, aber welcher Jonathan Glaser-Film hat das schon eigentlich bislang gehabt? Also, ähm, wenn man sich mal den Alien-Film mit Scarlett Johansson anguckt, sie fährt ja auch nur durch die Gegend und holt einen nach dem anderen in ihr Auto. Und das war's dann letztendlich. Man sieht halt mehrere Momentaufnahmen. Und so ist es auch bei Zone of Interest. Man sieht mehrere Momentaufnahmen, denkt sich halt immer wieder, er ist eigentlich Familienleben, beziehungsweise wirkt irgendwie vertraut. Und ahnungslos, bis dann immer diese kleinen, wie soll man sagen, diese kleinen Widersprüchlichkeiten sich durchdrücken durch alles. Also, eine große Widersprüchlichkeit ist halt der Sound, ganz, ganz präsent. Äh, denn die Vernichtungsmaschinerie, die hört man eigentlich konsequent über den ganzen Film. Es sei denn, man geht mal wirklich woanders hin und ist halt, äh, wirklich an einem anderen Ort. Aber ansonsten hört man permanent irgendwelches Brodeln, Brummen, Schläge, Schüsse, Schreie, Hundebellen, Kinderweinen. Und es ist wirklich, es ist nicht leicht anzunehmen. Also, es ist wirklich ... Es wird immer angedeutet, dass es da nicht so gut riecht. Ja. Es wird, als Sie mal im Fluss baden, sieht man Szenen, wo auch angedeutet wird, dass in diesem Fluss vielleicht etwas ist, was da nicht so sein sollte. Man sieht dann im Hintergrund die Dampfschwaden von einem Zug, so was. Also, du hast einen perfekt wunderschönen Garten, der auch dauernd von den Figuren beworben wird. Und ich liebe diesen Garten so sehr. Und guck mal, hier wächst das und hier wächst das. Und im Hintergrund hast du den Maschendrahtzaun und hörst einfach dann die Schüsse. Und für mich, die ich ja auch Kinder habe, ist immer ganz schlimm. Dann hörst du einen Kinderschrein, Schuss, und dann ist Kinderschrein weg. So was ist dann einfach im Hintergrund. Ja, und dieses Brodeln. Dieses Brodeln. Und dann aber auch halt echt Sandra Hülle. Ey. Ich meine, der Film, der ist insofern inszenatorisch auch geschickt. Es gibt eigentlich nicht eine Nahaufnahme. Es gibt nur halbtotale und totale. Also, wir beobachten eigentlich diese Familie immer nur aus einer gewissen Distanz. Weil er sich wahrscheinlich auch gedacht hat, er möchte gar nicht erst versuchen, Nähe zu den Nazis oder zu dieser deutschen Familie aufzubauen. Und trotzdem natürlich kriegst du hin und wieder auch gewisse Momente aus dem Haushalt von Sandra Hüller mit. Und was für mich, für mich tatsächlich mit einer der, sag ich mal, auffallendsten Faktoren war, der mich auch so fertig gemacht hat, ist dieses ideologische Aneignen. Dass man da über Dinge redet, von denen man eigentlich gar nichts weiß, aber sie trotzdem erzählt, als wären sie A, Alltag, B, die absolute Wahrheit und C, als würde man vollkommen dahinter stehen. Und das fand ich teilweise noch mal on top zu allem, was da eigentlich schon schrecklich ist und eigentlich unangenehm anzuschauen oder unangenehm anzuhören, fand ich das noch mal so ein weiterer Schlag in die Magengrube. Ist ja auch dann wieder, also natürlich unter dem historischen Aspekt, aber auch brandaktuell. Also dieses, wir haben alle eine Ahnung von was und das ist dann unsere Meinung und dann wird das beim nächsten Schritt schon, er weiß das. Ja und brandaktuell fand ich auch super wichtig, die sind keine Bösewichte in dem Film. Klar, sie sind Bösewichte, weil das, was da passiert, ist schrecklich. Aber die Familie, der Familienvater ist nett, der liest seinen Kindern abends vor, er bleibt bei ihnen liegen, bis sie schlafen, macht mit denen Ausflüge. Bahnhof fahren, schwimmen. Das sind keine bösen Menschen, sondern die sind als graue, nicht schwarz-weiß normale Menschen wie du und ich gezeigt. Und das fand ich auch total wichtig als Botschaft eben. Du musst nicht der böseste Mensch sein, um so was, dass so was passiert. Klar, man kriegt schon mit, dass der nicht ganz sauber ist, weil dem gefällt es schon irgendwie, drüber nachzudenken, wie man Leute vergasen kann. Aber es sind auf ihre Art und sind es einfach ganz normale Menschen. Leute, die einen Job oder eine Funktion ausfüllen, von der sie glauben, sie wäre halt wichtig, da. Weil sie da ist, ist sie richtig, ja. Also, und das fand ich alles echt, ja. Ja, also in den stärksten Momenten finde ich, dadurch, dass das alles so normal gezeigt wird, musst du dir so viel Mühe geben, da gerade nicht emotional mit so Alltagsproblemen mitzugehen. Also es gibt zum Beispiel einen Moment, wo halt im Raum steht, dass der Mann von Sandra Hüller versetzt wird. Der arme Rudi. Und wenn du dir dann aber vor Augen führst, wenn ich mir jetzt vorstellen würde, dass mein Partner ins Ausland geht, so, dann wäre ich doch total traurig. Und es gäbe auch keine, mal angenommen in meinem Szenario gibt es auch nicht die Möglichkeit, dass ich mitreise, so. Und dann wüsstest du, okay, ich muss mindestens ein Jahr, sind wir auseinander. Und das ist, das fände doch jeder traurig. Aber genau in der Szene, dann läuft sie hinter ihm her und sagt, warum tust du mir das an? Und wenn man das unterbricht, auf was er gerade überhaupt wirklich Schlimmes jemandem antut, das fand ich auch. Diese kleinen Textzeilen, die waren super. Ja, das ist immer wieder, das ist immer wieder niederschmetternd, wenn die sich dann über Dinge unterhalten, die ihnen ... Das mit den Mänteln am Anfang. Ja, ja. Sie reden darüber, dass die, sie reden über die Mäntel der jüdischen Frauen, die halt übrig sind, wenn die jüdischen Frauen vergast werden. Und dann reden sie, regen sie sich darüber auf, dass die ja so klein geschnitten sind, weil jüdische Frauen sind ja so mager. Und du hörst dir das an und denkst, das ist doch, also in was für einer verschobenen Welt ... Oder wie die eine, wie die Mutter sich darüber aufregt, dass ihr die Vorhänge auf dem Flohmarkt, wo Sachen von Leuten, die deportiert worden sind, versteigert oder angeboten worden sind, dass ihr irgendjemand diese Vorhänge weggeschnappt hat, die sie so geliebt hat. Oder die Sandra Hüller, die Familienoberhaupt, die ihre Angestellten androht, ey, wenn du das nicht machst, was ich dir sage, kann mein Mann deine Asche irgendwo hin verstreuen. Ja. Ja, also es gibt, es werden, ja, Alltagsprobleme heraufbeschworen, die aber so eine, die solche Widerhaken haben. Also es ist, eigentlich ist es auch ein Slice-of-Life-Film. Wir haben das eben bei The Assistant auch schon gesagt, eigentlich ist es das auch. Ja. Aber da hängt ja im wahrsten Sinne des Wortes diese Wolke drüber. Und deshalb kannst du nichts davon halt als Slice-of-Life-Film annehmen, sondern alles fühlt sich unangenehm an, wenn du dir das anguckst. Und Sandra Hüller ist brillant. Ja, und es ist erstaunlich, einen Film zu sehen, in dem man eigentlich wirklich fast nichts sieht, wo das ganze Grauen sich eigentlich nur auf der Tonspur und halt in deinem Kopf abspielt. Und das muss ich schon sagen, es ist echt stark. Also es gibt eine inszenatorische Entscheidung gegen Ende hin, die will ich auch nicht vorwegnehmen, aber es ist, glaube ich, wenn ihr den gerade gesehen habt, wisst ihr, glaube ich, welche ich meine. Da wird einmal ein sehr krasser Bruch inszeniert. Damit habe ich mich ein bisschen schwergetan, weil ich da die Funktionalität drin nicht gesehen habe, muss ich gestehen. Vielleicht muss es die auch gar nicht geben, aber da muss ich sagen, irgendwie, das habe ich nicht so ganz zusammengekriegt. Obwohl sie halt meiner Ansicht nach in ihrer, wie sagt man, Paradoxität? Sagt man das so? Also in ihrer Widersprüchlichkeit, finde ich, passt sie zum Rest des Gezeigten. Mhm. Ja, was man da sieht in dieser Szene und halt, was man da schon die ganze Zeit gesehen hat. Also es sind ja immer diese Diskrepanzen, die da irgendwie so ausschlaggebend sind. Du siehst eine Familie, die halt irgendwie, ja, einen Ausflug macht, Bären sammelt, schwimmen geht und so weiter, aber du weißt, die gehen danach zu einem Haus zurück, das direkt neben Auschwitz steht. Mhm. So, oder die leben in einem Haus direkt neben Auschwitz. So, wo du halt am Anfang denkst, das ist alles einfach ganz normal, merkst du, nein, es ist nicht ganz normal und genau das halt auch, ja, wo du halt denkst, da sind Leute, die gehen ganz normal zur Arbeit, nein, die gehen nicht ganz normal zur Arbeit und verrichten da ihren Putzjob oder sonst irgendwas so, ja, also das ist halt, das ist, das macht der wirklich sehr, sehr gut. Also Glazer, Und die Musik. Ja, Mika Levy, mal wieder das Score, äh, hat schon bei Under the Skin den Score gemacht, hat bei Monos den Score gemacht, Hat sie nicht auch den bei Jackie gemacht? Bei Jackie hat sie den Score gemacht. Ist es, da kannst du das bitte einmal inzugeln? Entschuldigung, 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 Day Them, ähm, fühlt sich nicht zu, äh, ständig zu einem Geschlecht. Gut, weil ich hab da unterschiedliche Sachen drüber gelesen und hab das aber auch immer, äh, hab sie auch immer für eine Frau gehalten. Ich auch, ich auch, aber sie, äh, fühlt sich wohl alles klar. nicht zugehörig, deswegen Day Them. So. Gute Laune. Kino-Starts? Kann man ja auch nicht sagen, kann nur noch umgehen. Hab ich jetzt Bock drauf, Gute Laune Film. Das ist kein Film, wo man sagt, da will ich jetzt unbedingt rein oder sonst irgendwas. Aber ich find, das ist ein Film, der sollte gesehen werden. So kann ich sagen, er weckt mein Interesse auf mich. Danach ist man still. Genau. Danach ist man, äh, ist man erst mal still, danach muss man erst mal durchatmen. Aber der ist auch formal, ist der halt meiner Ansicht nach sehr, sehr spannend. Weil man natürlich auch immer noch darüber diskutieren kann. Ist der jetzt zu dicht an den Nazis dran? Versucht der hier irgendwie eine Sympathie, ein Verständnis aufzubauen, was man eigentlich nicht haben sollte? Und, äh, Das tut er auf gar keinen Fall. Das kann man direkt, äh, vorwegnehmen. Für, für dich. Ja, aber ich mein, Ach so, du meinst, Ja, ich weiß es nicht, ne? Es gibt ja Leute, die sagen halt, Och, die Fonsche war ganz nett, die Frau. Vielleicht am Ende des Films. Nö, ist das vielleicht die Probe auf, also, wie empathiefähig muss ich sein? Oder hat Empathie auch seine Grenzen? Genau, genau. Da ist sie vielleicht dann erreicht. Ich kann's ja nicht beantworten, ich hab mich noch nicht gesehen. Aber Sandra Hüller, du hast mich ja schon bei Anatomie eines Falls so lecker geredet, dass das dann mal ein Film des Jahres wurde. Ja, Hätte ich auch nicht mit gerechnet. Ich hab Interesse, den zu gucken. Ja, ja. Trotz allem. Ist deine Zone of Interest. Gut. Aber das haben sie da übersetzt mit Lebensraum, ne? Also, sie meinte, das ist unser Lebensraum, oder? Ach, war das dazu zugehörig? Das ist ja der Begriff auch aus der... Genau, also ich glaube, das, was mit Zone of Interest gemeint hat, ist ja dieser Dialog am Wasser, wenn sie sagt, das ist unser Lebensraum. Ah. Ich hab das immer auf einer Metaebene verstanden. Ich glaube, es soll man auch auf einer Metaebene verstehen, aber für mich kam dieser Moment, hat sich das so angefühlt, als ob sie das, als ob von ihr dieser Titel einmal so gemeint ist, weißt du? Ich dachte, er ist so Filterblasen-mäßig, also ich hier, meine Zone of Interest geht nur bis zu dieser Mauer. Genau. Alles dahinter interessiert mich nicht. Ja, ja, aber wie gesagt, aus der Figur herausgesprochen, war das meine Annahme, dass das eben das bezeichnen sollte. So, kommen wir zu was heiterem, beziehungsweise zumindest einem heiteren Film und hier ist unser Supercut für diese Woche. Deepist Oceans They Can't Putry Enough Empty Spaces Turn To Rust And Dust There There's No Wonder There First To Love No One Thought Shelter Just Satellites Above All The Shots Bring It Back To What It Time Make A Move Do What We Do As The World Cross Tear So, kurz, wir haben vier Kinostarts heute. Einen davon hat, glaube ich, keine von uns gesehen. Er heißt 15 Jahre. Ist die Fortsetzung von vier Hände. Oder? Vier Minuten. Vier Minuten. Vier Hände würde? Nee, würde nicht passen. Sie spielt nur mit zwei Händen. Genau. Ähm, na wohl. Dabei ging's ja auch. Egal. Ähm, vier Minuten. Vier Minuten. Vier Minuten. In vier Minuten ging's darum, dass, äh, eine junge Frau des Mordes beschuldigt wird und dann ins Gefängnis kommt, äh, ein Wunderkind begabt am, ähm, ähm, am Klavier. Und, ja, nicht ganz klar, ob sie's wirklich gewesen ist oder nicht. Ändert nichts daran. 15 Jahre später. Deswegen der Titel kommt sie jetzt aus dem Knast. Ähm, ähm, und versucht sich so ein bisschen, ja, dafür zu rächen, dass sie halt 15 Jahre im Knast war und versucht vor allem halt, äh, ihren Ex-Freund, einen inzwischen berühmten Schlagerstar, der eine Reality-Sendung hat, in der es um behinderte Kinder geht, die man halt, äh, ähm, äh, zu Musik, glaube ich, bringt oder so. Also, beziehungsweise die halt die Talente, deren Musiktalent man irgendwie, äh, da ausstellen möchte. Und gleichzeitig wird sie auch noch an einem Musikwettbewerb teilnehmen, wodurch sie einen auch einen jungen, äh, versehrten Pianisten kennenlernt. Und, ja, Tragöte, Komödie, ein bisschen irgendwie halt auch Vergeltungsgeschichte ist wohl eine Menge mit drin. Ich hab hier und da schon gelesen, dass er ein bisschen sich zu viel vorgenommen hat, äh, in allem, was er da erzählen möchte. Aber Hanna Herzsprung soll wieder echt gut sein, Albrecht Schuch als der Ex-Freund, ähm, der soll, äh, auch schon eine denkwürdige Performance ablegen. Aber ja, der Film ist wohl ein bisschen zu viel des Guten. Ich hab ihn nicht gesehen. Ich weiß nicht, von euch auch wahrscheinlich niemand, oder? Nee, erinnert mich ein bisschen an einen Film, boah, das war so ein, verzeihst mir Kollegen, so ein Telestammtesfilm, den auch kein Schwein gesehen hat. Ich weiß auch nicht mehr, wie er heißt. Aber es ging darum, dass er irgendwie seinen alten DDR-Kumpel trifft und, äh, er geht davon aus, dass er ihn verraten hat. Und der andere behauptet immer, hat er aber nicht. Und dann wird das so eine ganz miese Nummer. Du denkst am Anfang, es geht einfach um Vergeltung und er bringt ihn um. Aber im Endeffekt macht er es genau andersrum, nämlich er bringt sich um und gibt ihm die Schulter dran. Oh, den hab ich, glaub ich, gesehen. Ja, aber ich weiß nicht mehr, wie er heißt. Ich weiß auch nicht mehr, wie er heißt. Aber die Geschichte sagt mir auf jeden Fall was. Ich weiß es nicht mehr. Und daran, also der, was ich, ich hab das Gefühl, ich hab drei Trailer hintereinander gesehen, als ich da drauf geguckt hab. Also das sieht echt voll aus, interessiert mich aber. Ja, allein was du erzählt hast, das klingt ja so, als hätte man alle Genres wild in den Kopf geschmissen. Ja, aber jetzt, man sollte jetzt wirklich keine Rache-Geschichte oder so, keine klassische Rache-Geschichte, wie wir sie gleich noch besprechen, äh, erwarten, sondern, ähm, das ist wohl, wie gesagt, ein bisschen von allem. Okay. Aber war das ein deutscher Film, von dem du grad gesprochen hast? Ja, ja, ist ein deutscher Film. Nein, äh, den DDR-Film. Weil das hat mich grad irgendwie an den Film Remember erinnert, ein ganz, ganz weirdes Kuriosum mit, ist aber, glaub ich, ein britischer oder US-amerikanischer Film. Hat auch irgendein bekanntes Gesicht mitgespielt und ich weiß jetzt grad nicht, wie er heißt, wie gesagt. Ja, ey, äh, Chris Krauss heißt der Regisseur, wie gesagt, hat schon einige Filme seitdem gemacht und das ist, wie gesagt, so die, die späte Fortsetzung von vier Minuten. Wie er ist, weiß ich nicht, aber ich muss ehrlich sagen, ich hab ein bisschen Interesse. Also, ich, äh, möchte das gern mal. Also, ich würd, ich würd vier Minuten total gern mal sehen, den kenn ich nämlich auch noch nicht und der soll echt gut sein, was mir davon erzählt wurde, auch, dass sie eben vier Minuten dann am Ende dieses Klavierstück spielt, das kann ich mir sehr intensiv vorstellen und ob der Film, das 15 Jahre, das jetzt auch so hinkriegt, weiß man's. Weiß man nicht, aber vielleicht trotzdem ja interessant für diejenigen, die den Film gesehen haben, also den Vorgängerfilm gesehen haben. So, dann kommt heute, da sind wir wieder bei Kitty Green, ein neuer Film von Kitty Green mit eben Julia Garner in einer der Hauptrollen, die kennt man aus Ozark oder eben The Assistant und die andere Dame ist Jessica Henwick, die man in Glass Onion unter anderem zuletzt gesehen hat. Ich hab's nur so verstanden. Ich hab nur den Anfang gesehen, mehr hab ich dann leider nicht mehr geschafft. Es geht hier um zwei junge Backpackerinnen, die nach Australien reisen und schon bei der Ankunft irgendwie in Sydney stellen sie fest, oh, wir haben keine Kohle mehr. Deswegen müssen sie sich auf einen Job irgendwo in der Wildnis einlassen und das machen sie. Sie fahren irgendwo in die Wildnis und werden dann Barkeeperin. Ja, sie sollen irgendwie so eine Bar leiten in einem Kaff. Die Bar gehört dann Hugo Weaving, also ich weiß nicht, wie die Figur heißt. Und sie fragen auch, ich glaub die einzige Frage, die sie stellen, sind da Schlangen und sind da Kängurus, genau, da kommt's auch im Trailer. Und dann ist das so ein Film, ähnlich wie The Assistant, es ist so viel MeToo drin, es ist viel mit toxischer Männlichkeit drin, es ist viel Andeutung, es geht so peu a peu, Stück für Stück entfaltet sich das. Es kommt aber nie so richtig zum kompletten Eklat und zum kompletten Ausrasten. Also es ist kein, zwischendurch dachte ich mal, es ist ein Genrefilm, ist es aber nicht. Ich hab auch, als ich den Anfang gesehen habe, hab ich gedacht, The Royal Hotel, so heißt er, wird jetzt hier so ein richtiger, ja, Backwood-, nee, Outback-Slasher, ne, also so, dass wir jetzt irgendwie so eine Art Arthouse-Version von Wolf Creek oder sowas kriegen, so, ja. Weil der hat schon so gewisse Anmutungen, wenn sie da halt in dieses kleine Kaff kommen, dann hocken da die Minenarbeiter, irgendwie beglotzen sie erstmal, äh, es gibt irgendwie so ein Schild mit Brüsten aufgemalt oder sowas, da steht da Frischfleisch. drauf und all so ein Kram, also es ist eine sehr, ja, wie er schon gesagt hat, männliche, toxische Welt. Es ist halt auch alles, was in dieser Bar passiert, da ist es klar, also man weiß, da spielt viel Langeweile eine Rolle, also die haben einfach nichts anderes zu tun und da wird halt viel Alkohol konsumiert, der Barkeeper, also hier, der Besitzer ist selber Alkoholiker, das ist seine einzige Einnahmequelle, das ist halt auch so ein bisschen, dass du immer in den Blämmer bist, also die Jungs, die da sind, ey, die machen Sachen. Da hätte ich halt als Chef gesagt, raus, und zwar Hausverbot. Aber er kann sie ja nicht rausschmeißen. Er kann sie nicht rausschmeißen, weil er sagt, ich brauch halt die Kohle, also was soll ich denn machen? Die nennt sich gegenseitig Kants, weil, oder nur die Mädels, das hab ich grad noch nicht so rausgehört. Ich glaub, Kants ist da ein Kompliment. Sagen sie, ja, aber was du sagst, es passiert eigentlich nie richtig was und das fand ich eben das Interessante nach dem Film, sitzt du da und denkst, war der jetzt belanglos? Oder hat er durch diese Atmosphäre genau gezeigt, ich mein, ich als Frau kann ja, was weiß ich, kann er ja auch sagen, okay, so fühlt es sich halt an, wenn ich da wäre. Es ist einfach immer so ein Ticken, also es ist eindeutig unangenehm, aber auch so ein Ticken drüber schon, dass du die ganze Zeit denkst, gleich könnte ja was passieren. Und das war dann schon ganz cool gemacht. Aber gibt es eine Art Explosion des Ganzen? Ja. Ja, also ... Er brennt irgendwas irgendwann mal? Ja, wortwörtlich gibt es eine Explosion, einen Brand, aber es gibt halt nie so diese komplette Eskalation. Also es gibt so Momente, wo du denkst, und jetzt gibt's ... Tote. Blut. Ich hätte mal mit Blut angefangen. Und das, ja, es gibt ein bisschen Blut, aber es eskaliert nie komplett. Und ich dachte wirklich zwischendurch so, hm, ist das jetzt so, wie ich mir das erwartet habe? Nee, eigentlich nicht. Also er fängt ja sehr bedächtig an. Und wie gesagt, er geht nie in diesen Genreweg. Und dann hab ich aber, da hab ich die Assistant gesehen und gedacht, okay, das ist anscheinend so ihr Stil. Ich erwarte eigentlich von ihr jetzt einen dritten Film, wo es dann mal komplett eskaliert. Weil ich frage mich dann schon bei gewissen Sachen, hey, also da ist halt wirklich kein sympathischer Mann in diesem Film. Wirklich keiner. Es gibt eine Figur ... Tooth. Ja, aber wir spoilern ja jetzt bei so einem Film, find ich nicht, aber auch da ist am Ende, find ich, etwas, was das Ganze, was er vorher zeigt, ein bisschen Ad Absurdum führt. Find ich zumindest. Ja, aber ich find doch die Aussage, es muss ja nicht eskalieren und damit ist schlimm sein. Nee, absolut, genau. Also deswegen, wer jetzt erwartet, das ist irgendwie ein Horrorslasher und da geht's einen schönen Blutgewaltgedärmel, nee, überhaupt nicht. Sondern es ist wirklich so, es ist unangenehm, es setzt Spitzen so in diese ... Es fängt mit Bedrängen an, irgendwann wird's halt so dieses sexuell übergriffige. Und wie oft man da Nein sagen muss, bis ein natürlich alkoholisierter Mann kann immer sagen, ja, der weiß ja nicht ganz, was er macht. Aber beim vierten, fünften Nein, muss ich's doch mal checken. Ja, und das lächelt doch mal. Nee, ich muss nicht lächeln. Ja. Ich weiß nicht, mein Sohn braucht manchmal mehr Nines. Das Thema wollen wir hier nicht vertiefen. Ja, aber ich hab noch Bock auf den, vor allem ist ja knackig, 90 Minuten oder so, ne. Und nach eben The Assistant bin ich, also, gut zu wissen. Also ich find, das ist jetzt schon mal eine wertvolle Information, dass man jetzt nicht irgendwie so eine richtige Rache oder sonst irgendwas, so einen richtigen Höhepunkt erwarten sollte. Aber ja, ne genaue Beobachtung eben von vielleicht ja, wie soll man sagen, so Teufelskreisen. Ja. Weil auch das ist ja bei The Assistant offensichtlich. Ja, absolut. Da muss ja eine Menge passieren erst mal, bevor man aus diesen ganzen Strukturen, aus diesem ganzen System da irgendwie rauskommen kann, bevor sich das wirklich ändert. Und wahrscheinlich ist das hier ein System. Ja, es ist ja halt auch diese Ambivalenz des Alkohols, ne. Also Jessica Henrik trinkt dann ja auch mit. Die Ambivalenz des Alkohols. Die Banalty des Bösen, die Ambivalenz des Alkohols, das ist heute schön, ja. Nee, also sie trinkt dann ja mit. Also da kann man sich natürlich fragen, soll man als Bardame, also sei als Wirt nie dein bester Kunde, das weiß man ja. Aber sie macht halt mit. Never get high on your own supply. So ist es. Und deswegen weiß man bei Julia Gartner, die ist völlig klar, nee, ich mach da nicht mit. Ich bin auch, die ist auch immer so außenstehend. Und Jessica Henrik ist drin. Und dann kannst du natürlich sagen, also dieses berühmte, ja, da war ja halt Alkohol im Spiel, ist halt trotzdem völlig egal. Nein ist Banalität, ne. Nein ist nein. Ja. Aber ich bin gespannt. Guckst du ihn an? Ja, auf jeden Fall. Ja, gut. So, dann ein Film, der lief schon beim Fantasy Filmfest und ich hoffe, ich hoffe, er wird einige Aufmerksamkeit hier, sag ich mal, generieren. Er heißt im Original, ja, Animal Kingdom, beziehungsweise Le Reuil, Le Danimal. Ein französischer Film mit Romain Durie, glaub ich, den kennt man unter anderem aus Final Cut zum Beispiel oder aus dem Musketier, aus dem letzten Musketier Film, der Musketier d'Artagnan, da hat er auch mitgespielt. Ah, okay. Falls den jemand auch nicht gesehen hat. Nee, den hat er nicht gesehen. Ich bin der richtige Fan geworden. Der ist gut, ne. Ja, ich bin der auch. Ich find's so schade, dass der zweite Teil jetzt nicht mehr ins Kino kommt, sondern Ja, aber Hauptsache, er kommt überhaupt. Er kommt auf DVD. Aber falls ihr den noch nicht gesehen habt, ey, der ist ja D'Artagnan-Film. Also, wir sind mit Steven drüber gesprochen und ich war schon so, dass ich dachte, okay. Also, der wirklich, der ist echt ordentlich. Schöne, viele Plansequenzen, Action, wie bei John Wick quasi. Assistant, D'Artagnan. Ja. Kleiner Liedeste, nee, nee. Und hier kommt ein neuer Film, Animalia heißt der hier bei uns in Deutschland. Warum auch immer? Naja, also das Animal Kingdom, das überhaupt in den USA dieser Film noch so heißen kann, weil es gibt doch so viele. Ja, es gibt vor allem einen coolen Film, Animal Kingdom. Eine Serie gibt's ja auch und so weiter. Ja, ja. Hier geht es um einen Vater und einen Sohn, die beide, sag ich mal, aus der Stadt wegziehen, aus Land. Denn dort auf dem Land befindet sich ein Institut. Und in diesem Institut befindet sich deren Mutter, oder beziehungsweise die Mutter von dem Jungen, beziehungsweise die Frau von dem Mann. Weil, ja, die Mutter unter einer, ich sag jetzt mal, Entwicklung leidet, die mehrere Menschen jetzt in dieser Welt schon an den Tag legen. Denn sie verwandelt sich in ein Tier. Sie verwandelt sich in eine Art Katze. Aber wir sehen im Laufe des Films auch Menschen, die verwandeln sich in Vögel, die verwandeln sich in Ratten, in Nilpferde, in was weiß ich. Es gibt eine neue Mutation oder es gibt eine neue Entwicklungsstufe des Menschen, der halt mit Tieren fusioniert. Und weil die Menschen wirklich, wie so oft, nicht wissen, was sie damit machen sollen, sperren sie sie halt oder versuchen sie sie irgendwo auszulagern oder eben halt in irgendwelche Institute zu packen, um halt A zu erforschen, was da los ist und B vielleicht ein Heilmittel zu finden. Und um halt eben näher bei der Mutter sein zu können, ziehen halt Vater und Sohn da aufs Land, was halt zu verschiedenen Komplikationen oder zu verschiedenen Situationen führt. Unter anderem wird's halt auch dadurch schwierig, dass ein Transport mit eben solchen, ich sag jetzt mal Mischwesen, ähm, hat einen Unfall, glaub ich, ne, oder? Und dadurch können einige entkommen. Und der Vater glaubt halt, auch seine Frau ist entkommen und macht sich halt dann in die Wälder, um nach ihr zu suchen. Okay. Während der Sohn parallel, ja, zum einen mit der Schule klar kommen muss und halt eben, ähm, mit den Leuten da vor Ort irgendwie darunter leidet, dass halt seine Mutter da ist und er sie nicht sehen kann. Er dann ebenfalls ein Mischwesen findet, beziehungsweise öfter mal sieht, mit dem er halt versucht, eine Art Beziehung aufzubauen und noch mehr und noch mehr und noch mehr. Und der Vater lernt dann auch eine Polizistin kennen und so weiter und so fort. Und wenn ich diesen Film eins ankreiden kann, ist es halt meiner Ansicht nach, er hat ein oder zwei Nebenhandlungen zu viel. Ich hätte gern mehr zwischen dem Verhältnis des Sohnes und des Vaters gesehen, denn das fand ich echt stark. Ich fand den Sohn cool, ein junger, ja, Newcomer, sag ich mal, ein Nachwuchsdarsteller, äh, der hoffentlich demnächst den ein oder anderen größeren Film noch bekommt, weil den fand ich echt, da wurde man aufmerksam, also ich wurde aufmerksam. Romanderie macht's super, weil er halt auch nicht der, er ist nicht der Allwissende, er ist aber auch kein vollkommener Idiot, sondern er ist irgendwie dazwischen, er ist normal, er macht Fehler, er erzählt auch scheiße, aber er versucht auch irgendwie bei dem Sohn, sag ich mal, anzukommen und Verständnis für seine Situation zu zeigen. Und ja, wenn ich dem Film was ankreiden kann, dann ist es, dass er sich halt ein bisschen viel Nebenhandlungen raufschafft, so. Ist ja zwei Stunden acht lang, also ein Ticken zu lang, also es ist gut, um die Menschlichkeit der Figuren zu unterstreichen, eben auch die, es sind so ein paar Nebencharaktere, die eingeführt werden, die ich auch alle sympathisch fand, auch deine Adele ist ja dabei, die Schauspielerin war. Ja, Adele Exapolos, die spielt die, ähm, Polizistin. Genau, aber ich hab auch, ich hab von dem Film noch nichts gehört gehabt, als Vorbereitung hier jetzt auf die Sendung, dann den Trailer anguckt, dachte ich, geil, den Film muss ich nicht mehr. Ich hab ihn nicht sehen, dann Screener bekommen und ich fand den auch, der hat mir auch total gut gefallen. Ja, und, ey Diesel, ich weiß nicht, wie viel, konntest du jetzt ein bisschen weiter gucken? Ich glaube, es müssten 20 Minuten sein, die ich gesehen hab, dann ist der Stream abgebrochen, was mich sehr gerne hat, weil ich musste von Anfang an sehr stark an die Innocence denken. Ja. So von der Intensität der Atmosphäre und auch von der Klarheit der Bilder. Oh, okay. Aber ich kann natürlich überhaupt nicht, also ich mag kaum über den reden, weil das ist das Einzige, ich konnte die erste Atmosphäre so ein bisschen aufsaugen, aber sonst. Also die Innocence finde ich, so von reinem Optischen her, finde ich das ganz gut. Ich finde die Innocence immer noch ein Tick härter, dafür ist an Animal Kingdom nicht hart, nicht zu hart so. Obwohl es mir, wie gesagt, auch ans Herz ging, die ganze Beziehung zwischen Vater und Sohn. Ähm, aber ich fand halt, der ist erstaunlich gut getrickst. Ja, genau. Das ist mir auch aufgefallen, du hast ja, das siehst du ja im Trailer schon, du hast ja die Masken, du hast bestimmt viel CGI, aber durch die Art, wie der Film inszeniert ist, also der macht selten so richtig voll drauf, sondern du siehst was im Hintergrund, es fliegt einmal durch, es läuft was, was kurz vorbeiläuft. Und dadurch haben die ganz viel Atmosphäre und vielleicht auch, dadurch, dass irgendwie keine Billigkeit oder so an der Maske dann auffällt, haben die das hingekriegt. Du bist irgendwie mal beim Arzt und im Hintergrund siehst du nur so ein kleines Mädchen sitzen, was so eine Ameisenbärenschnauze hat, aber du siehst sie nie scharf. Und dadurch, dass das so einfach im Hintergrund kurz gezeigt wird, das hat der Film total toll gemacht mit dieser Inszenierung, fand ich. Ja, und selbst das Make-up, was man halt mal näher sieht, wie zum Beispiel bei dem Vogelmenschen, das sieht gut aus. Ja. Das sieht gut aus. Es gibt so ein, ich weiß gar nicht, was ist das für ein Vieh, das diese Kanus da umschmeißt? Also es sieht aus wie ein Nilpferd auf zwei Beinen ungefähr, ja. Weißt du, das ist abends, da sind sie bei diesem Kanu-Verleih und dann geht der Junge da hinten zu diesen ganzen Kanus und dann kommt dieses Vieh da an und schmeißt da irgendwie alles um. Ja, ich glaub auch gar nicht, dass die Menschen unbedingt zu einer bestimmten Tierart werden, sondern es ist, wie du sagst, so ein Mischwesen. Auch, es läuft ja manchmal so eins mit so ganz langen Gliedmaßen hin rum und da wusste ich auch nicht, das kann ja keine Heuschrecke sein, das war auch nicht ganz, also es sind alles, es sind nicht ganz eine bestimmte Tiersorte, glaub ich. Aber, wie gesagt, manchmal gibt's halt Nahaufnahmen und wirklich dieses, dieses Nilpferd-Vieh, das sah richtig, richtig gut aus. Also es war wirklich gut. Krass. Krass. Krass, ich dachte kurz, er hätte mehr Horroraspekte und wo manche Dinge sind vielleicht von der Idee her auch Horror, also dieser Übergang vom Mensch zum was auch immer Wesen, aber er ist nie, war für mich nie ein Horrorfilm. Obwohl er spannende Momente hat, es war eher dieses Menschliche, was dann im Vordergrund stand. Es ist eher, er wirkt eher wie so ein Endzeitfilm. Okay. Ja, also wo die, wo die, wo die Situation an sich ja eigentlich schon irgendwie vielleicht ein bisschen Angst macht auch oder ein bisschen, ein bisschen unwohlig ist so, aber nie irgendwie, du ständig die Gefahr hast, da lauert jetzt irgendein Vieh oder ein Biest um die Ecke und will dich irgendwie niedermachen oder so, sondern, ja, man lebt jetzt halt einfach damit so. Du weißt ja auch nie, wie menschlich die dann noch sind, das wird auch nie geklärt, das ist eine Frage, die kann man sich dann selbst überlegen, sind das jetzt alles aggressive Viecher? Ja, nee, wie viel Menschlichkeit steckt da drin noch? Keine Ahnung, guckt euch den Film an. Und muss es immer Aggressivität sein, was so ein Tier ausschallt, ne? Also das ist ja, meistens sind sie auch nur aggressiv, wenn sie sich bedroht fühlen, also dementsprechend, ja. Und wenn einer aggressiv ist und sich bedroht fühlt und dann aggressiv wird, äh, da kann man ja sagen, Ich hab mir wehstreng geschlafen. Ihr kennt sich ganz gut damit aus, Jason Statham hat einen neuen Film am Start, inszeniert von, jetzt kommt's, David Ayer, nach einem Drehbuch von, jetzt kommt's nochmal, Kurt, Expendables 4, oder Equilibrium, Wimmer, ähm, und bitte, normalerweise sind wir hier Menschen, die gerne mal sagen, ja, guckt euch den Film unbedingt im Original an, denn da kommen die Gags besser rüber oder da ist es irgendwie, da ist Verständnis klarer oder da kriegt man das Schauspielerische besser mit. Nein, Leute, geht in diesen Film und guckt ihn euch unbedingt auf Deutsch an. Es ist die bescheuertste Synchro, die ihr dieses Jahr im Kino hören werdet. Ah. Worum geht's? Es geht um einen Imker, der netterweise bei einer älteren, in der Pension sich befindenden Lehrerin auf dem Grundstück, oder beziehungsweise in der Nähe des Grundstücks einer älteren Lehrerin oder pensionierten Lehrerin, äh, seine Bienen züchtet. Und diese ältere Dame, ja, wird reingelegt. Wirklich ganz, ganz bitterböse von so wirklich ganz, ganz schmierigen, fiesen, von so einer ganz, ganz schmierigen, fiesen Startup-Klitsche. So eine Internet-Scam-Firma hat ihr sämtliche Ersparnisse. Sogar die Ersparnisse von einer Kinderstiftung, die sie gegründet hat. Oh nein. Alle Konten geplündert. Und das führt dazu, dass die Dame den Freitod wählt und, also sich selbst umbringt. Und das kriegt Jason Statham mit. Und Gott sei Dank, er ist nicht nur einfacher Imker. Nein! Er gehörte, oder gehört doch, er gehörte zu einer ultra, ultra, ultra geheimen Organisation namens The Beekeepers. Oh mein Gott! Wenn das System versagt, ja, wenn alle Stricke reißen, wenn die Mächtigen nicht mehr die Kontrolle haben oder wissen, was sie machen oder eben selbst Teil des Bösen sind, wenn die Bienenkönigin schlechte Nachkommen generiert, dann kommen die Beekeeper zum Einsatz und räumen auf. Aber arbeiten die Bienen mit denen zusammen? Also er benutzt teilweise ein-, zweimal Bienen, ne? Das erwarte ich ja wohl. Ja, er benutzt auch ein Glas Honig und wirft's, obwohl das so viel, so lange dauert, bis er's produziert hat, aber... Das erwarte ich ja wohl. Also er muss die Bienen ja nicht anzünden, aber er muss sie ab... Die klingen so kleine Bomben und kleine Messer und kleine Pistillchen. Ja, exakt, er muss sie abrichten und dann müssen die machen, was er sagt. Und jede zieht sich nur so ein Stirnband. Macht sich so Streifen hier so runter. Jetzt wird's ernst. Ja, ey. Also, der Film klingt so Banane auf dem Papier, nimmt sich aber gleichzeitig so ernst und hat dann wirklich so dumme Dialoge. Und, ähm, die Dialogregie, was hab ich, wie, 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 wie... Irgendwas, Schaller. Schaller, Herr Schaller. Björn Schaller. Björn Schaller. Großartig. Wirklich. Weiter so. Ganz großartig. Äh, Expertenwissen ist, er hat schon bei Dragon Ball die Dialogregie gehabt. Und wenn ihr Fans der bekloppten Synchro von Dragon Ball seid, ich hoffe, es war Dragon Ball, Alvin, du hast es vorhin mal gesagt. Dragon Ball Z, ja. Dragon Ball Z. Dann guckt euch diesen Film unbedingt auf Deutsch an. Ey. Es ist wirklich, die, die, die Anzahl, die Schlagzahl an dummen Sprüchen ist, 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 ich, 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 ich konnt nicht mehr. Aber dann, das klingt aber sympathischer als bei Expendables 4. Ja, doch. Weil der hatte ja auch ätzend, also da wurde es ja irgendwann ätzend und dumm und dämlich. Also, ich muss auch sagen, der ist alles in allem sympathischer als Expendables 4, weil, weil er halt auch dann verstanden hat, was er ist. Er ist nämlich halt ein Rache-Verhältnis von Jason Statham, der halt schon ein paar coole Nahkämpfe ausführen darf. Die Action-Szenen, die so ein bisschen abseits der Nahkämpfe sind, kann man sich drüber streiten. Es gibt manche, die sind, die, die gehen geschickt mit der Gewalt um und, und kaschieren auch mal hier und da etwas, sag ich mal, anständig, sodass man trotzdem das Gefühl hat, es ist heftig. Und er hat ja eine 18 eigentlich. Ja, eine 18, ja. Aber ich glaub, Thema, ich glaub, es liegt am Thema. Rache. Er hat aber auch 18er Gewalt, aber nicht durchgängig. Genau, aber ich hab die Diskussion heute schon mal irgendwo gehört, dass das irgendwie, das ist doch gar nicht so hart. Nee, aber ich glaub, es geht ums Thematische, dieses Selbstjustiz. Und da kommen halt auch so Sätze drin vor, ne, wenn der Staat versagt und wenn die Gerechtigkeit, wenn die nicht von Rechts wegen erzeugt werden müssen, muss man das selber machen. Weil er muss halt nach ganz oben gehen. Natürlich, es ist immer, ja. Er muss wirklich nach ganz oben. Der Fisch stinkt vom Kopf her. Ja. Und das Ding ist halt. Die Biene. Die Biene sticht vom Hintern her. Ich weiß es nicht. Der Stachel ist stumpf. Ähm, und natürlich, es gibt ne Menge Bienenallegorien, beziehungsweise Bienen-Wortspiele. Das ist alles, was früher bei den DVDs so als Funfact wahrscheinlich eingeblendet wäre. Das sondert Jason Statham dann ab. Die ein oder andere Allegorie oder das ein oder andere Bild sitzt nicht so ganz. Weil ich irgendwie, irgendwie hatte ich verstanden, also Hornissen sind wohl die Feinde von Bienen. Liebe ImkerInnen, bitte nicht mich kritisieren, dass ich keine Ahnung hab. Ich habe keine Ahnung. Und dann dachte ich, und was macht jetzt der Bienenstock und was macht jetzt der Beekeeper? Und das hat dann irgendwann nicht mehr so ganz gepasst. Ja, es ist völlig scheiß, egal welche Metapher. Ja, man hatte das Gefühl, man hatte einfach Bock, man hat irgendwie ein Fachbuch gelesen und dachte, das baue ich jetzt ein. Also es ist völlig boh. Das klingt gut. Das machen wir. Und die Sprüche, was haben wir da für Sprüche? Also wir haben hier ganz klar Paris-Athen auf Wiedersehen. Das kommt mir nicht in die Lummeltüte. Dem muss mal richtig die Gurke geschält werden. Solche Sprüche haben wir ja den ganzen Sprüchen. Was soll der Wichs? Oh Gott. Ah, warte mal. Ich muss, ich hab noch ein paar. Alper hat mir ein paar geschriegt. Ich hoffe, ich krieg sie noch zusammen. Warte, 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 warte. Ah, hier. Wirklich, wir haben uns herrlich. Und es gibt so einen, es gibt so einen Spruch. Da sagt er, und den krieg ich leider nicht mehr zusammen. Jetzt wird's lyrisch. Bienen dienen. Und dann kommt noch ein anderer Vers hinterher. Und es ist so... Irgendwas mit liegen, weil er irgendwann auf die Fresse auf die Fresse nimmt. Er sagt ihm ja, willst du deinen Bienen dienen oder dich ergeben? Und im Original sagt er ja dann, hattest du ja vorhin gemeint, to be or not to be. Und dann eben to be. To be, ja. Kleine Arnie-Reministenz. Wenn jemand diese Arschgeige die Gurke schälen kann, dann bin ich das. Nenn mich Mr. Ficker, du verfickter Ficker. Das ist ein bisschen wie Doggystyle. Oder das kommt mir nicht in die Lummeltüte, das weiß ich aus. Super. Und dann wirklich, du siehst, Sprachnachrichten werden dann eingeblendet, in denen steht, oh krass, lol. Und das liegt dann halt eine von dieser Beekeeper-Organisationen. Das ist so gut. Ja, ich freu mich. Also, liebe Leute, ähm, ja, es gibt bestimmt Menschen, die werden diesen Film in Sachen Kulturkrieg einordnen können. Oder werden. Also, werden's definitiv machen. Ich sag mal so, kann man. Der Film bietet dafür Anlässe oder Ansätze. Aber letztendlich ist es Bienenzüchter Jason Statham, der halt wirklich irgendwelche schmierigen, äh, durchs Skateboard, äh, ne, mit dem Skateboard durchs Büro surfenden. Bei Wish bestellte Wolves of Wall Street. Latte Macchiato, nee, äh, Soy. Hapermilch. Hapermilch, äh, trinkende, äh, sich massierende Start-up-Futzig. Klangschalen, ja. Ja, Klangschalen und so weiter. Also, man hat hier gewisse Feindbilder und Klischees, die werden kräftig bedient. Und dementsprechend kann man da schon wütende alte Männer sehen, die sich dachten, ja, jetzt kriegen sie ihr Fett weg. Aber letztendlich, ey, es ist ein Jason Statham-Film. Jason Statham macht das, was er macht. Er ist eine Abrissbirne auf zwei Beinen und reißt halt alles ab. Und, ähm, ich sag mal so, ne Fortsetzung würd ich mir angucken. Aber nur auf Deutsch. Aber nur auf Deutsch. Nur auf Deutsch mit der Synchro. Also, Herr Schaller, bitte machen Sie auch dafür die Synchro. Ich, äh, bin auf jeden Fall dabei. Definitiv. Oder für Expendables 4 zum Beispiel, damit der dann besser wird. Ja, das wär auch gut. Aber das ist eigentlich... Vielleicht muss man den auf Deutsch gucken. Der ist eine kleine Perle auf Deutsch. Ja, vielleicht. Aber einfach... Wissen wir nicht. Haben wir den nicht auf Deutsch geguckt? Nee, ne? Nee, aber im Vergleich zu, ich sag mal so, also auch Beekeeper ist vom Drehbuch her wirklich vollkommen Banane. Ja, so geht. Das ist trash. Das ist eindeutig trash. Was so Zeit angeht. Also, es kommt dann immer, also es passieren 50.000 Sachen. Ja, gestern. Gestern ist das Haus abgebrannt. Gestern hast du deine Mutter verloren. Ach, stimmt, ja, ich trauere auch. Genau, ich trauere. Ich saue einmal und dann komme ich wie als FBI-Agentin, die ist auch so völlig random. In diesem Haus habe ich meine Unschuld verloren. In dieser Scheune. In dieser Scheune habe ich meine Jungfreudigkeit verloren. Er zieht sich ein paar, und er sagt... Während es gerade abgebrannt ist oder da tausend Leute umgebracht worden sind. Aber was mich halt interessieren würde, wäre, ihr habt ihn also auf Deutsch synchronisiert und nicht mit deutschen Untertiteln gesetzt. Nee, nee, auf Deutsch synchronisiert. Mich würde interessieren, wie dann die Originalfassung ist. Ja, auch das ist ein Ding, was ich vielleicht demnächst mal rausfinden werde. Aber das mit dem 2B ist ja immerhin im Original auch drin. Das habe ich auch erwartet. Das ist im Original drin, aber... Und wie gesagt, das ist ja auch eine kleine Ani-Reministenz, ne? To be or not the be. Ja gut, aber das war ja auch schon überall, ne? Warum nicht Untertitel not the bees, Ausrufezeichen? Tja, also ich sag mal so, man ist hier ein bisschen mehr bei Wicked Man mit Nicolas Cage als bei Land of Honey, Milk and Honey und sowas. Aber ey, wenn man Bock hat, mal wieder Jason Statham Rache nehmen zu sehen, dann ist das hier eine sichere Sache. Ja. Ist halt im wahrsten Sinne des Wortes ein Bee-Movie. An den musste ich auch grad denken. Der war auch schön. Ja. Der war auch schön. Das Honig-Komplott. Ja. So, damit hätten wir die Kinostarts abgearbeitet und machen noch schnell mal die Mediatheken-Tipps, glaub ich. Weil ich glaub, bei den Streamer-Tipps müssen wir noch ein bisschen, äh, länger arbeiten. Ah, die Karte meiner Träume, der ist schön. Genau. Aber vorher für unsere Kampfsportfreunde gibt es unter anderem Karate Kid 1 und 2 in der ZDF-Mediathek. Die ZDF-Mediathek quillt gerade über vor Filmen. Das ist wirklich unglaublich. Jetzt zwischen den Weiterscheidern, ey, Ghostbusters 1 und 2, Quarantäne, ähm, was war das noch? Back to the Future. Back to the Future. Was? Ähm, ähm, The Blob, ähm, ähm, Wind River und, ach, also eine ganze Menge, also richtig viel. Und jetzt sind gerade Karate Kid 1 und 2, Daniel LaRusso lernt Karate, um sich gegen fiese Schläger zu wehrzusetzen und reist dann nach Japan, um dort gegen fiese Schläger anzutreten. Ich glaub, ich guck den jetzt mal. Bis zum 13.01., also, jetzt noch schnell raushauen. Ihr müsst euch ein bisschen beeilen, ja. Äh, dann, ja, auch, äh, auch noch ZDF, äh, also, Mitinhalt, Bigger Splash, äh, das, das Remake von Swimming Pool über eine Rocksängerin mit Stimmbandentzündung und ihren Ehemann, die ihren Urlaub da verbringen und dann kommt plötzlich ihr Ex mit seiner Tochter und alles gerät durcheinander. Hatten Andi und ich mal ne sehr lustige. Genau, wer fand den scheiße und wer fand den gut? Ich fand den scheiße und Andi fand den gut. Ich find den ganz furchtbar. Das ist Luca Guadagnino, ne? Ja, Luca Guadagnino, genau. Ja, der hat jetzt bei mir irgendwie, ist jetzt zu einem Hit-and-Miss-Regisseur geworden bei mir leider. Ja? Also, nach, ähm, äh, Bones and All? Nein, da bin ich auch gar kein Fan von. Da bin ich sehr bei Tino tatsächlich. Ja. Der hat einmal einen, ich weiß nicht, ob's in der Sendung war. Ich glaub's war in der Sendung, ja. Ähm, da hat er sehr über den hergezogen, hat mich sehr bestätigt. Ich find den ganz furchtbar. Aber was hat er? Bigger Splash. Dann kam Call Me By Your Name. Call Me By Your Name. Suspiria. Und dann Bones and All. Ja, wirklich, exact Hit-and-Miss. Und die ist ja Challenges, ne? Challenges. Der kommt jetzt, ja. Der mit Zendayas. Ja, genau. Tennis. So, dann hab ich noch einen Film, den empfehle ich immer gerne, weil, ähm, er ist im Vergleich zu diesen überdrehten chinesischen Filmen, die er in letzter Zeit gemacht hat und die auch nationalistisch immer sehr krass gefärbt sind, ist er was anderes. Ähm, The Foreigner mit Jackie Chan und Pierce Brosnan. Jackie Chan verliert bei einem Bombenanschlag seine Tochter und möchte eigentlich, dass, ja, irgendwas unternommen wird. Aber es wird nichts unternommen. Pierce Brosnan, der unter anderem mit daran beteiligt ist oder mit involviert ist, hält sich da ein bisschen, oder beziehungsweise sind die Hände gebunden. Deswegen schreitet der Ex-Vietcong-Kämpfer allein zur Tat. Ist auch ein klassischer Rache-Film, aber mit Jackie Chan in einer echt ungewohnten Rolle. Und er bietet echt gute Action. Ist inszeniert worden von Martin Campbell, der unter anderem Casino Royale und Goldeneye gemacht hat. Und hier hat er echt ein schönes Spätwerk für Jackie Chan inszeniert so. Unter anderem auch mit Stunts choreografiert oder koordiniert von unserem guten Freund Vidantran, der schon bei Darth Maul Apprentice die Stunts gemacht hat und jetzt auch schon bei Dune und so mit dabei war. Also kann ich nur empfehlen, ebenfalls ZDF-Media-Technik. Kenn ich auch noch nicht. Kennst du noch nicht? Nee. Ey, guck dir den an. Der ist wirklich gut. Gut. Und dann, ja, wer mal wieder ein schönes Wohlfühlkino braucht, großer Fan ist von Die fabelhafte Welt der Amélie, der sollte sich von Jean-Pierre Jeunet die Karte meiner Träume anschauen über ein kleines Wunderkind, das sich auf Reisen macht, um seine Erfindung bei einer Art Kongress vorzustellen. Denn der Kongress hat nicht irgendwie geschnallt, wie alt er eigentlich ist. Und deswegen reist er durch einen Postkarten-Amerika, wo alle auch relativ freundlich sind. Also es ist ein sehr schönes Amerika, was hier gezeigt wird, basiert auf einem Roman. Es ist ein Jugendbuch, also auch ein schönes Jugendbuch mit vielen Karten drin, viele Illustrationen. Also es ist auch ein ganz süßes Buch. Ja. Und ich mag den. Ich mag den gerne. Also der ging im Kino echt unter. Leider. Hat er nicht verdient. Ist jetzt, wie gesagt, ist einfach ein Wohlfühlfilm. Sollte man jetzt auch nicht allzu... Aber ein Kreativer. Also inszenatorisch ein Kreativer. Ja, muss ich auch sagen. Aber auch schon 5 plus Jahre alt, oder? Ja, ja. 2,15 würde ich jetzt sagen. Das ist ja auch der Amélie Macher, oder? Das ist der Amélie Macher. Ja, gut, dann passt das doch. Ja. So, dann haben wir noch ein paar Streaming-Tipps. Was kann ich schneller abhandeln? A Thousand and One. Hat den jemand von euch gesehen? Nee, noch nicht. Eine Mutter kommt aus dem Knast und beschließt ihren Sohn, der bei einer Pflegemutter lebt, zu entführen und taucht mit ihm in Harlem unter, unter falscher Identität und möchte ihn dort zur Schule schicken. Wurde vor allem wegen der Hauptdarstellerin gelobt. Ähm, Tiana Taylor, die diese Frau, diese widersprüchliche Frau, wohl sehr impulsiv mit sehr viel Elan spielen soll. Aber ansonsten hat der Film schon so ein paar Unglaubwürdigkeiten beziehungsweise gerade das Ende soll ein bisschen hart an der Suspension-of-Disbelief-Grenze kratzen. Ist das so eine Sky-Eigenproduktion, oder was ist das? Bei Sky läuft die da? Der läuft bei Sky. Aber der war ein Kinofilm, genau. Nix von mir gehört. Dann gibt es auf Netflix einen Anime. Zu dem habe ich nicht wirklich viel mitbekommen. Er ist vom Studio Mappa und hat wohl, ähm, Leute dabei, die unter anderem schon an Attack on Titan und so was mitgearbeitet haben, an, ich hoffe, ich spreche es richtig aus, Mesh Lee und so weiter. Also, ähm, ich, wie gesagt, ich weiß nicht viel. Es geht um eine, ähm, Stadt, Moboroshi, ne, Maboroshi. Ähm, es geht um eine Stadt, in der eine Fabrik explosiert und das führt halt zu verschiedenen Verstrickungen und so weiter. Klang für mich aber interessant, beziehungsweise es ist mal wieder ein Film und keine Serie, deswegen war ich so ein bisschen erfreut, ähm, mir mal einen Anime-Film, äh, auf Netflix mal wieder anzuschauen, von dem ich wirklich noch nie was gehört habe. Beziehungsweise der mir gänzlich unbekannt ist. Und er ist auch nicht so lang. Und dementsprechend ist es ja vielleicht für den einen oder anderen interessant, beziehungsweise hat die eine oder andere schon davon gehört und freut sich jetzt, dass der endlich zu Netflix kommt. Und der wurde nämlich schon vor langer Zeit angekündigt. So. Dann hab ich einen Film gesehen, der kommt jetzt zu, auch bei Sky ist der jetzt erschienen. Den hatte ich schon eigentlich letztes Jahr mal sehen wollen, weil ich schon einiges Gutes über ihn gehört habe. Und jetzt hab ich endlich geguckt, Polite Society. Über zwei, was sind sie, Pakistanier? Ja, Pakistani. Hast du ihn schon gesehen? Zwei pakistanische Schwestern. Äh, die eine möchte gern Stuntfrau werden, die andere hat gerade ihre Kunstschule aufgegeben, weil sie sich nicht für gut genug hält. Und gerät jetzt so gesehen, aufgrund einer Veranstaltung, bei der ihre Mutter zugegen war, gerät sie jetzt in die Heiratspläne einer reichen pakistanischen Familie. Da ist ein Sohnemann, ein Arzt, der soll verheiratet werden. Und die ältere Schwester, die die Kunstschule abgebrochen hat, ja, scheint das perfekte Heiratsmaterial zu sein. Was die Schwester alles andere als cool findet und deswegen diverse Unternehmungen, unter anderem mit ihrer Freundin startet, um diese Hochzeit oder Verlobung zu verhindern. Und das Ganze, hey, macht Spaß. Ja, also es hatte für mich so ein bisschen Kingsman, also vom Spaßfaktor her, weil die haben dann einfach völlig abstruse Kämpfe zwischendrin, auch die Schwestern untereinander. Da steht auch gleich Khan versus Khan. Und die zwei Schwestern haben dann halt einen Kampf in der Wohnung, in der sie auch alles kleinschlagen. Die waren wirklich die ganze Budel. Und sie schlägt ihre Schwester dann auch in den Bilderrahmen von sich selbst rein. Und ich fand's auch spannend, dass man eigentlich ganz lang nicht weiß, die kleine Schwester ist ja eifersüchtig auf die große Schwester. Oder es wird zumindest angedeutet, man weiß gar nicht, ist es hier einfach nur eine Eifersucht von einer kleinen Schwester auf eine große oder ist da wirklich irgendwas Großes hintendran? Das fand ich auch ganz gut gemacht. Ja, ja. Und er spielt natürlich sehr viel mit auch eben Tollywood, Bollywood, Collywood, Sandalwood-Mechanismen. So, ähm. Okay, gekauft. Ja, also, es gibt eine schöne Tanzszene. Es gibt eine echt schöne Tanzszene, wo sie halt so ihre Kung-Fu-Fähigkeiten oder Karate-Fähigkeiten mit einfließen lässt. Aber auch so was die Inszenierung von gewissen Dingen angeht. So Enthüllungen oder Konfrontationen. Dann wird dann rangezoomt. Beziehungsweise kriegst du dann so schön die einzelnen Positionen zur entsprechend dramatischen Musik. Farblich ist es alles sehr kräftig. Und dann arbeitet auch immer mit vielen Kapiteltiteln und so. Ja, auch als die Schwester sich streiten, plötzlich ist Slow-Mo. Einfach nur, wie die eine Schwester sich in der Wohnung zu Hause zu ihr umdreht. Dann kommt Gewitter donnern im Hintergrund. Der hat einfach Spaß gemacht. Ey, der macht Spaß. Der macht wirklich Spaß. Es ist ein sehr schöner, ähm ... Auf die Lisse. Auf die Lisse. Auf die Lisse. Kommt auf die Lisse. Ja, würde ich machen. Würde ich machen. Ja, ich hab Bock. So, dann Klassiker für des Prügelkinos, des modernen Prügelkinos. Romeo was Die. Ein Film, der entstanden ist, um den Soundtrack zu verkaufen. Mhm. Ähm, mit Jet Li als, äh, ja, wie soll man sagen? Als Rächer, der in die Vereinigten Staaten reist, um eben den Tod seines Bruders zu rächen, der in irgendwelche Gang-Geschichten verwickelt waren. Denn da soll ein Hafengebiet erschlossen werden. Jemand kauft Grundstücke und irgendwie will jemand das verhindern und bringt halt, ähm, diverse Menschen um. Und Jet Li gerät so gesehen zwischen die Fronten und verliebt sich ausgerechnet in die Tochter. Von Delroy Lindo, äh, des anderen Gang-Führer, Anführers. Von den Capulets. Äh, ich mein ... Ja, genau. Also, wir haben ja eine Multikulti-Romeo-und-Julia-Geschichte mit Kampfsportsegmenten. Ähm, und ja, im Soundtrack, der unter anderem durch den einen Song von Alaya, äh, die halt hier die weibliche Hauptrolle spielt, auch echt, äh, dick durch die Decke ging. Guck ich mir mir die gerne an. Ist das nicht so ein typischer RTL-2-Film? Ja. Der da irgendwie alle vier Wochen so 22, 15 läuft? Aber wie gesagt, es gab zuerst den Soundtrack. Und dann gab's den Film. Ja. So, und dann wollt ich noch mal hier auf diese beiden Filme eingehen, die es geschafft haben, äh, nach unseren regulären Ausstrahlungen im letzten Jahr noch zu erscheinen. Der eine möchte gerne für Skandale sorgen, und der andere hätte gerne ein paar Oscars. Gehen wir erst mal auf den vermeintlichen Skandalfilm ein, Saltburn. Ja, Emerald Fennell, die Regisseurin von, äh, Promising Young Woman, erzählt hier die Geschichte von einem jungen Mann namens Oliver Quick, der an eine Uni kommt, eher so für sich alleine ist und plötzlich durch Zufall bei einem sehr, ja, sehr populären, sehr, äh, begehrten, sehr gut aussehenden Studierenden in die Gunst gerät. Er hat ihm geholfen, in Plattenreifen, oder bei einer Fahrradpanne hat er ihm geholfen. Und jetzt plötzlich ist Oliver in dieser Clique drin, die, ja, nicht so wirklich sein Liga ist. Und er schafft es darüber, auf die Sommerresidenz von Felix, dem Schönling, äh, eingeladen zu werden, um halt mit Felix und dessen Familie dort den Sommer zu verbringen, in Saltburn, so heißt dieses Anwesen. Und dort lernen wir sehr, sehr, sehr reiche Menschen kennen, die sehr, sehr, sehr weit von der realen Welt entfernt sind. Und ja. Ich fand den okay. Ich fand den okay. Ich fand den aber auch nicht irgendwie so besonders irgendwie. Damit dürfte es dich ja eigentlich gar nicht geben, weil irgendwie ist der Film ja, wird ja als der Spalter irgendwie da gespielt. Stated or loved it. Genau. Und hier sitzen dann schon zwei Leute, die ihn okay fanden. Also kann nicht so ganz sein. Drei, ne? Ja, ich fand den auch okay. Wir fanden ihn, glaube ich, ein bisschen besser. Ja, also ich hab jetzt in der Zwischenzeit, seit wir ihn gesehen haben, auch der talentierte Mr. Ripley gesehen, wo er drauf angespielt wurde, dass er da Ähnlichkeiten hat. Also jemand versucht, versucht, sich vielleicht anders darzustellen, als er ist, um in bestimmte Kreise reinzukommen. Das passt schon zu dem Film. Ich find den auch zu lang. Und eben diese Diskussion mit diesen Skandalen, die dann durchs Internet kursiert sind davor, die find ich halt albern. Weil natürlich sind es, da sind so drei Szenen drin, die sind vielleicht ein bisschen drüber, aber die haben trotzdem Spaß gemacht. Also ich fand die cool. Ich glaube halt, dass das ein Film ist und das soll jetzt überhaupt nicht abwertend oder so sein. Aber wenn du 16 bist und das ist so dein erster Erwachsenenfilm, dann bist du wahrscheinlich komplett schockiert, weil du sowas noch nie gesehen hast. Aber ich fand ihn immer gut, wenn er nicht mit Absicht provozieren wollte. Weil ich finde schon, da sind Szenen drin, bei denen man merkt, oh, das baue ich jetzt da ein, das walze ich vielleicht noch mal ein bisschen aus, weil dann redet man über ihn. Und das hat der Film gar nicht nötig, meine Damen und Herren. Genau, es war wie so ein gutes Gericht und dann so ein paar Ketchupflecken drauf. Genau. Damit es auch jedem schmeckt. Nicht, damit es jedem schmeckt, gerade nicht. Damit es halt durch die Marketing... Damit es sich alle drüber aufregen. Genau, weil das hatten wir auch, wenn du dieses Marketing nicht gehabt hättest, hätte der Film nicht so viel Publikum bekommen. Das behaupte ich ja. Ich glaube einfach, das ist Kalkül. Ja, ja. Ja, auf jeden Fall. Dass die einfach sagt, das kommt da jetzt rein und dann kriege ich ein bisschen Bass. Habt ihr diese Geschichte mitbekommen? Sie hat ja wohl bei Twitter oder Ex, hat sie an Weihnachten, also rund um Weihnachten, als der Film rauskam, hat sie ja geschrieben, oh, der perfekte Film, um in der Familie zu gucken. Das hat dann wohl eine junge Frau gemacht und hat diese Erfahrung auch per Twitter geteilt. Hat gemeint, ich guck den jetzt mit meiner Familie. Kurze Zeit später, ich geh jetzt raus. Ich wurde nach draußen geschickt. Die Familie hat wohl gesagt, hat den Film ausgemacht, war entrüstet, hat gemeint, geh mal spazieren und denk mal drüber nach, was du uns hier vorgesetzt hast. Das hat sie dann halt auch bei Twitter geschrieben. Emerald Fanon hat das gelesen, hat gemeint, es tut mir leid, aber danke, dass du versucht hast, den Film an Weihnachten zu gucken. Sie sollte halt wirklich mal in die frische Luft gehen und drüber nachdenken, was sie da ihrer Familie zugemutet hat. Hey, es gibt bei Letterboxd diese berühmte, eine der populärsten Reviews. Er macht das für Badewannen, was For Me By Your Name für Pfirsiche gemacht hat. Jetzt könnte man ungefähr eine Ahnung haben, was da an diesem Film passiert. Aber ich find, der ist schick inszeniert. Ja, der sieht gut aus. Dieser Euphoria-Lifestyle, der propagiert wird. Aber warum sieht denn der Film aus, wie zum Beispiel auch Liquor-Spitzer aussahen? Es sind zwei völlig unterschiedliche Dekaden. Das konnte man mir nicht erinnern. Das ist doch kein 2006. Kein Film, der aussieht wie 2006. Sondern wie die 70er? Ja. Aber der 6er Sommer war ja doch mega heiß. Das war doch unser Sommer. In den 70ern, was auch immer heißt. Aber mir geht's ja nicht darum, dass da die Sonne scheint. Mir geht's ja nicht darum, dass da die Sonne scheint, sondern dieser ganze Stil, diese Farben, diese Bildgestaltung. Ich find, ich war da jetzt eher bei den 70ern. Also ich musste irgendwann, die Szene war auch eben im Trailer, wo sie dann zeigen, Abschlussklasse 2006. Und ich dachte, hä? Wie? 6. Also das, für mich beißt sich der Stil, der visuelle, also ich find ihn sehr schön. Aber für mich sieht der nicht aus wie ein Film, der 2006 abbilden soll, sondern wie gesagt, der eine ganz andere Dekade abbilden soll. Das hab ich nicht verstanden. Für mich beißt sich das. Ich find aber auch, der Film könnte jetzt auch, hätten sie jetzt gesagt, der Film ist 2022. Ja. Hätt ich's auch geglaubt. Also ich find, der Film schafft es eigentlich, schafft es ja eigentlich so ein bisschen, eine gewisse Zeitlosigkeit zu erzeugen. Und ja, du hast halt gesagt, talentierte Mr. Ripley, ich hab ein bisschen Parasite noch drin gesehen, Call Me By Your Name, kann man auch mit drin sehen. Ganz bisschen, ne? Ganz bisschen, ja. Aber es sind halt Elemente da. Und Killing of the Sacred Deer, allein durch eben Barry Keoghan, der schon so ein paar, wie soll man sagen, erinnert in seiner Rolle schon an die Rolle, die er in Killing of the Sacred Deer, sag ich mal. Der hab ich noch immer nicht gesehen. Nee, der steht auf der Liste. Aber wenn du dann Swordburn guckst und du kennst Barry Keoghan nicht aus, also ich hab ihn jetzt bei, wo spiel der mit, 1917 oder Dunkirk? Dunkirk. Dunkirk spielt damit, hab ich ihn nicht gesehen. Das heißt, ich kannt ihn nur aus so Rollen wie aus Killing of the Sacred Deer und dann war mir auch schon klar, wohin der Film so geht so ein bisschen, weil ich das Gefühl hatte, da wird dann typegecastet und das macht er ja auch sehr gut. Ja, sehr guter Punkt, ja. Ja, das ist so ein bisschen das Ding. Also wenn man jetzt schon so zwei, drei Filme gesehen hat, auch gerade in so einer Richtung, finde ich, ist der nicht so besonders überraschend. Also es ist eigentlich relativ offensichtlich, was da passiert. Aber ich glaub, darum geht's auch nicht. Man soll sich, glaub ich, ein bisschen an dieser Weltfremde, der Reichen ergötzen und Rosamund Pike als Mutter ist super, kann man nix gegen sagen. Ich hab eine Allergie gegen hässliche Menschen. Aber ist das nicht auch wieder ein bisschen lame? Es sind wieder die Reichen, die Bösen. Ey, ja, das ist ja auch der Vorwurf. Das ist ja auch ein Punkt. Da erzählt halt nix. Aber sind die böse oder sind die einfach nur, ja, sie sind komplett weltweit. Sie sind es auf jeden Fall wert, dass wir es ihnen nehmen. Das hab ich zum Beispiel, würde ich auch nicht so unterschreiben. Also wir sympathisieren jetzt nicht mit Oliver, also Barry Keoghan. Wir, ich weiß nicht, mit wem. Niemand. Vielleicht mit Felix am ehesten noch. Am ehesten noch mit der von Carrie Mulligan gespielten Camilla heißt sie, glaube ich. Aber die ist ja nach zehn Minuten weg. Und die will auch immer im Mittelpunkt stehen. Auch wenn sie sich, auch wenn sie gestorben ist. Furchtbar. Super Szene. Super Szene. Ey, Richard E. Grant noch mit dabei. Ich weiß, ich hab, ich konnte mir das Problem muss angucken. Ich fand es cool. Aber bei manchen Szenen, da gebe ich dir vollkommen recht, es gibt so eine, auf die wollen wir jetzt nicht eingehen, es gibt aber so die eine große Szene, wo man wirklich merkt, boah, die lasse ich jetzt echt stehen. Ich blende auch die Musik aus, damit ihr das richtig, alle richtig in die Fresse wahrnehmt und euch da am Ende drüber aufregen sollt. Aber da muss ich sagen, liebe Frau Fennell, da hätten wir vielleicht noch mal nie in Demon schauen sollen. Dann wäre es vielleicht ein bisschen skandalöser gewesen. Und vor allen Dingen zu der Letterboxd-Review mit den Pfirsichen. Ich kann mich nicht erinnern, dass Call Me By Your Name durch die Pfirsich-Szene so den Skandal hatte. Ich weiß nicht, oder vielleicht habe ich es auch nicht mitbekommen. Nein, es ist kein Skandal. Aber diese Szene ist ja nun mal halt, wenn du weißt, wenn du von dem Pfirsich in Call Me By Your Name redest und du hast den Film gesehen, weiß ja jeder, worum es geht. Auf jeden Fall. Aber ich finde, daran sieht man, dass ein Film wie Call Me By Your Name so ein Element viel eleganter verpackt. Weil da wird das nicht zur Skandalszene. Aber es wurde schon träger. Also es war ja auch auf manchen Plakaten dann Pfirsich nur drauf oder so. Aber du hast recht, es war nicht skandalös. Genau, ja. Also es war nicht auf so eine aufregende Art Skandalös. Und es war nicht auf so eine gewollte Art Skandalös. Ja, dieses Kalkulierte, da sind wir uns glaube ich alle einig, dass wir das überhaupt nicht gut heißen. Sie muss ein bisschen aufpassen mit dem Schluss ihrer Filme. Hab ich auch. Es hat sich für mich schon echt trademarkig angefühlt. Fand ich auch ein bisschen schade. Ja, da habt ihr, das habt ihr mir beide gesagt, aber ich fand es gar nicht so twisty. Das war für mich so, ja, es war doch klar. Also das ist immer so, wenn der Film mal zeigen möchte, guck mal, wie schlau ich war und guck mal, das hast du alles nicht gesehen und man denkt so, du hast das alles schon gesehen, das ist so richtig. Oder wir zwei. Aber ich hab so leichte Shyamalan-Vibes, dass sie echt ein bisschen das nicht haben, finde ich. Genau, sie soll aufpassen, dass man ihr dieses Twist-Ding nicht so sehr als Merkmal ankreidet. Wenn ich halt auch. Aber Hauptsache Murder on the Dancefloor ist wieder in den Schad. Rebell. Haben wir schon ein paar mal drüber gesprochen. Der hat ja auch, also du hast das Gefühl, dir wurden zwei Stunden, wurde dir immer in den Magen gehauen und den letzten in den Magen gehauen, brauche ich gar nicht mehr. Er ist trotzdem gut, aber ich brauche ihn gar nicht mehr. Bei Rebell. Das ist dieser bei den zwei Jungs, die war der IS. Bei mir ist. Ach so. Der ist super. Also, falls ich den noch nicht gegeben habe, gebe ich den dir. Der ist wirklich gut. Der ist wirklich gut. So, dann wären wir noch bei die Schneegesellschaft. Spanische, spanische Oscar-Einreichung von Juan Antonio Bayona erzählt zum dritten Mal das Wunder der Anden. Es gab schon mal einen Film, glaube ich, aus Peru. Dann gab es den Film von Frank Marshall mit Ethan Hawke. Ethan Hawke, ja. Ethan Hawke in der Hauptrolle. Und jetzt gibt es diesen Film. Und ich bin echt, ich bin echt froh. Leute, die den Frank-Marshall-Film noch präsenter im Kopf haben, die haben alle gesagt, ja, ist ja cool, aber es ist eigentlich das Gleiche, was Frank Marshall schon gemacht hat. Ich habe den Gott sei Dank nur einmal gesehen. Das ist schon wirklich bei mir 30 Jahre her. Und deswegen habe ich diese Erinnerung nicht. Und das hat mir enorm geholfen bei diesem Film. Denn ich finde, es geht hier um eine, was ist es, Fußballmannschaft? Nee, eine Rugby-Mannschaft. Rugby-Mannschaft, genau. Rugby-Mannschaft. Die halt mit ihrem Flugzeug über den Anden abstürzt und jetzt halt überleben muss und halt gezwungen ist, unter anderem, ja, Menschenfleisch zu essen. Also, es ist eine wirklich sehr bekannte Geschichte. Wie gesagt, es ist die dritte Verfilmung. Aber ich fand das teilweise echt fies in Szene gesetzt. Also, wenn, gerade wenn sie halt versuchen, bei Schneestürmen ganz eng aneinandergekauert in diesem Überresten des Flugzeugfracks, einfach nur, ja, warm zu bleiben und irgendwie am Leben zu bleiben und nicht einzuschlafen und bei Jona mit der Kamera richtig dicht dran ist, das sind, das sind, ja, Horrorbilder sind es. Ey, allein die Darstellung des Absturzes. Ja. Also, ich find, da hat man dann total die Wurzeln, oder Wurzeln sind's nicht ganz, aber seine Ursprünge auch in The Impossible zum Beispiel gesehen, den er ja auch gemacht hat und da hat er ja auch diese Wucht und diesen Schmerz und das alles. Das ist sehr martialisch teilweise, was er macht und ich muss sagen, das klingt makaber, aber ich hätte mir gewünscht, dass der Absturz noch länger geht, weil ich den so gut inszeniert fand, hat leider nur einmal diese eine Kamerafahrt, wo man dann sieht, wie die Leute, man muss es nicht mehr auswalzen, ist mir schon klar, aber ich fand das so faszinierend gemacht und, ähm, was ich an dem, ich war sehr überrascht, wie schnell der Absturz passiert. Ja, mir zu schnell, ehrlich gesagt. Also, ich hätte gedacht, huch, das geht ja jetzt schon los, ich dachte, dass dieses erste Fliegen, wo es dann so zu Turbulenzen kommt, ich hätte wetten können, dass das erst der Hinflug ist und jetzt ist noch, ich wusste nicht genau, wann der Absturz war, ob es auf dem Hinflug oder auf dem Rückflug war, ich hätte gedacht, okay, sie sind wahrscheinlich erst an ihr Zielort, dann war da das Spiel, wahrscheinlich ist es auf dem Rückflug passiert, aber nein, auf dem Hinflug, nach 10, 15 Minuten stürzt das Flugzeug ab und dann hätte man überlegen können, oder dann dauert der Film ja noch zwei Stunden und fragt man sich, wie wollen sie das denn jetzt füllen und dadurch, dass der Film erzählerisch in Etappen eingeteilt ist, also diese 72 Tage, wie es sind, das ist dann, fängt an mit Tag 5, einfach nur Tag 5, dann kommt ein Sturm, dann heißt es Tag 1 des Sturms, Tag 2, Tag 3, dann ist, gucken sie das erste Mal, dass sie halt schauen, was so drumherum ist, Tag 1 der Wanderung und so geht es halt immer weiter und so hat der Film verschiedene Etappen und dadurch fühlt er sich überhaupt nicht lang an und ist halt teilweise, ich erinnere mich, ich bin gar nicht jetzt schon beim Essen, sondern allein diese Szene, wo der eine, wo sie die Haut zeigen und sie das erste Mal so damit spielen, das fand ich mit die schlimmste Szene von allen. Ja, oder auch einfach so ganz einfache Dinge, wie er sagt, ey, ich pinkel schon schwarz und dann siehst du halt irgendwann mal, ist mittlerweile eine beliebte Google-Anfrage übrigens, dass Leute schwarz pinkeln, Hunger googeln, ich hab das nämlich auch gemacht. Okay, ja, und dann siehst du ja einmal, wie jemand pinkelt und so und sagt, ja, boah, das ist, also wirklich, die Jungs, ich find's auch gut, dass das alles unverbrauchte Jungs sind, die man noch nie irgendwo gesehen hat, so. Wie gesagt, die Kamera teilweise, gerade wenn dann auch diese Lawine noch einmal runterkommt und sie dann nochmal aufs Neue verschüttet werden, so, wo ich auch gedacht hab, Alter, da will ich einfach nicht drinstecken. Ey, die Bilder, von den Anden, diese ganzen breiten Panoramabilder, stark, ey, wirklich stark. Und, ich mein, ich wusste ja, was passiert. Also, ich kenn ja die Geschichte, so, ne? Und auch wenn meine Erinnerungen an den Frank-Marshall-Film echt wirklich komplett verblasst sind, so war ja eigentlich klar, worauf dieser Film hinausläuft. Und trotzdem saß ich am Ende da, so wie bei dem 13 Tage? Ja, ich weiß. Ja, diese 13 Days? Grubending da. Dieses Grubending, wo ich die Dokumentation, The Rescue, vorher schon gesehen hatte und die hat mich schon komplett fertig gemacht, so, saß ich trotzdem bei 13 Days, saß ich da und hab wirklich nochmal geheult und auch hier saß ich da und gerade dieses Ende, ne? Also, wirklich, das war so ein richtiges Schluchzen, aber der Erleichterung irgendwie, weil ich mich so gefreut hab, wie die jetzt zum Beispiel wieder halt auf ihre Familienangehörigen treffen und so. Das ging mir halt wirklich so nah. Eben, weil diese Zermürbung und dieser Albtraum auf dem Berg so intensiv geschildert worden ist. Ich hätt's nicht gedacht. Weil du die Zermürbung ja auch immer wieder durchbrichst, also allein in dem Moment, wo die, wo sie aus dem Verschütteten wieder rauskommen, nachdem die Lawine war, da hast du ja auch schon so einen Erleichterungsmoment. Weil sie das, sie sehen, da hab ich nämlich, musste ich nämlich schlucken, als er sagt, da ist Licht. Und dann graben sie sich da wieder raus. Und der hat ja immer mal wieder so kleine, so kleine Peaks. und jedem Einzelnen, auch die, die gar nicht groß irgendwie eine Rolle spielen, jeder Einzelne bekommt halt auch so eine Texttafel. Und, ähm, ich, ich find es, ich hab so ein bisschen die Kritik gelesen, dass die Figuren alle, dass es da keine Ausreißer gibt, also, dass das alles so eine Masse ist, was ich aber als positiven Aspekt wahrnehme. Also, für mich ist es eine Darstellung der Snow Society und nicht einzelner Personen. Ja, also, find ich auch in Ordnung. Ist halt bei dem Frank-Marshall-Film anders, da hast du ja sehr Fokus auf Ethan Hawke. Und hier ist das, ja, und hier ist halt echt das Team so im Vordergrund. Ich hätte ein bisschen mehr Zeit vor dem Flug gebraucht, um mir einfach so ein paar Unterschiede zu merken, weil die sind alle doch dann sehr gleich. Aber, ähm. Ja, ich musste mich auch immer so an gewissen Merkmalen entlanghangen, um zu verstehen, wer jetzt wer ist. Wer ist wer und wer erzählt eigentlich nochmal aus dem Off? Also, wir haben ja einen Off-Erzähler, der dann auch selber sein eigenes dahinscheiden kommentiert. Also, das ist schon ein Schluck. Auch eine Entscheidung, die man als riskant hier und da betrachtet hat, aber ich find's legitim. Also, so what? Und er macht halt nicht den Fehler, dass er zu pathetisch solche Tode, also, das ist halt, ist nicht beiläufig, aber es passiert. Es ist, er gedenkt den Leuten, das ist ja auch, ich glaube, das bei Jonas Ziel war, ich möchte denen ein Denkmal setzen, ein ansprechendes und das schafft er. Also, das ist echt. Ist auch gut, dass der jetzt läuft, weil dann kann man mitfühlen, ich bin jetzt schon draußen, meine Finger sterben jetzt schon draußen ab und ich frag mich, werden sie jemals wieder warm und dann kann man da richtig mitfühlen? Wie die da teilweise irgendwie auf dem Berg rumrennen, ich dachte mir, ist euch nicht kalt? Ja. Ich würde uns... Ist euch nicht kalt, Jungs, zieh dir doch mal was an. Ist ja dir doof. Aber sie, ich meine, sie setzen sich ja in die Sonne. Ja. Ja, so. Und so manches Mal, wo sie dann einfach auch nur mit dem Pulli rumrennen und ich denk mir, hast du da 15 Schichten drunter oder sieht das wirklich so dünn aus? Oder bist du wirklich so dünn? So, ja. Oder hast du wirklich nur diesen einen Pulli jetzt an? So, ich würde untergehen. Ich würde wirklich untergehen. Einziger Kritikmoment, sie erklären einmal, warum sie so fliegen, wie sie fliegen müssen. Irgendwie einer erzählt, wie es fliegen muss. Da hatte ich so leichte Interstellar-Weibs. Ja, gut. Damit der Zuschauer auch es rafft. Aber meiner Ansicht nach lohnt sich. Ist ein schöner Netflix-Beitrag geworden. Auf der Netflix-Gala sowieso. Ja. Richtig. Deswegen. So. Haben wir noch ein paar News übrig, hä? Ja, kriegen wir noch hin. Wie müssen wir Ihren Schauspieler noch unterkriegen? Ich bin ja schon so gespannt, wer das Video hat. Ja, das habe ich vergessen. Richtig. Ja, okay, dann bitte die News. Teltot. Neue Infos zu Seth MacFarlane's neuer Nackenkanone mit Liam Neeson. Auch körperlich in Berg. Gerard Butler ist auch beim Drachen-Zähmen-Remake dabei. Jetzt bestätigt. Last of Us Staffel 2 hat seine Abby gefunden. Noch mehr Schleim. Der Blob erhält ein drittes Remake. Die Star Wars News der Woche. Der Mando-Film und Ahsoka Staffel 2. Just Oppenheimer Things. Die Golden Globes wurden verliehen. Was ist denn, Gerard Butler? Just Oppenheimer Things. Ja, okay. Was ist denn? Du magst Gerard Butler. Seit wann das denn? Schon immer. Seit, äh, hier, Dings, äh, Law Abiding, Abidings, Gesetz der Rache. Das ist, Gesetz der Rache ist das Einzige, wo ich ihn einigermaßen erschrage. Nein, aber. Das findest du doch gut. Das find ich gut. Ja. Das muss ich sagen, weil das passt. Er hat Häuptling Stoic, wie er im Original heißt, auf Deutsch heißt er, glaube ich, Hau drauf. hat er auch im Original gesprochen, in den Animationsfilmen und Dean Desblois, der halt die Animationsfilme gemacht hat, der macht jetzt halt ein Live-Action-Remake. Ah, Live-Action. Okay, alles klar. Er macht einen berühmten Aha-Effekt. Und ich muss gestehen, es gibt wenig Animationsfilme, bei denen ich da durchaus in einem Live-Action-Remake so viel Potenzial sehe, wie da drin. Ja. Ich find, das passt gut. Hab ich auch, also ich hab auch tatsächlich Interesse dran, weil zumal es ja auch der Mann ist, der den Film, die anderen Filme inszeniert hat und der ja schon bei der Inszenierung der Animationsfilme drauf geachtet hat, unter anderem mit Roger Deakins, dass die Kamera ja zum Beispiel so geführt wird, wie sie bei einem richtigen Film teilweise geführt wird. Ja, also das fand ich schon damals interessant und ich bin gespannt, was sie jetzt mit dem modernen... Wenn Roger Deakins auch da wieder die Kamera führt, bin ich auf jeden Fall an Bord. Ey, und allein, ich möchte ja eigentlich Teil 2, den möchte ich ja in Live-Action sehen, da hätt ich ja richtig Bock drauf. Ich hoffe, sie kriegen es hin, da auch mehrere Filme draus zu generieren. Da kurz, David, du kaufen die hier. Nee, es ist dann doch Leonidas. So, dann. Ja, machen wir es kurz. Wir wollen ja über die Globes reden. Der Blob kriegt jetzt ein drittes Remake nach dem Schwarz-Weiß-Film und diesem wundervollen Film aus den 80ern, der vielleicht noch in der ZDF-Mediathek enthalten ist, ich weiß es nicht mehr, wird jetzt David Bruckner, Bruckner, der Mann der, äh, The Sea House? Hieß es? Nee. Was hieß es? Nee. Da. Beach House? The Night House. The Night House, genau. The Night House. Und Ritual. Und Hellraiser, das Remake. Also das ist die Neuauflage. Der wird jetzt den Blob inszenieren. Hey, bitte. Ich hab Bock. Ich find das Original ist, also das Original, das 80er-Remake, sagen wir es so, ich liebe es, eben aufgrund seiner Schleimigkeit, aufgrund der Härte, dass dieser Film nicht mal vor Kindern zurückschreckt und dass es halt auch wirklich, dass der Film immer noch Szenen beinhaltet, wo ich mich frage, wie haben sie das gemacht? Die Szene mit der Frau in der Telefonzelle, ich hab nach wie vor keine Ahnung, ich glaube, es war ein Dummy, das da irgendwie in den letzten Momenten wie zugeschleimt wird, aber es ist trotzdem vom Schnitt her, vom Trick her und halt eben von der Heftigkeit her ein geiler Moment. Und wenn davor noch nur eine Szene in dem Remake von David Buckner existiert, bin ich happy. Blob? Hab ich noch nicht gesehen. Nee? Aber ich, da kann ich gleich, ich hab wirklich sehr wenig Kult-Horror-Filme gesehen. Okay. Das ändert sich ja jetzt. Ja, okay, wir können ja hier, wir starten nämlich immer am 13, jedes Monat eine neue Podcast-Reihe, wo ich gezwungen werde, Horror-Filme zu gucken, weil ich eben eigentlich Schiss davor habe und da wird der bestimmt auch irgendwann dabei sein. Vielleicht sollten wir dich und meine Frau mal zusammen vor die Kamera setzen. Ja, genau, wie wir so Filme gucken. Musst du aber auch schreckt sagen, womit wir starten, oder ihr startet, ich bin da gar nicht. Ach so, wir starten nämlich mit The Thing und den hab ich ja dann schon gesehen und der, ja, ich hab am Anfang gesagt, ich hasse Body Horror, macht mich fertig, wusste überhaupt nicht, um was in The Thing geht und deswegen kann man sich dann am 13. anhören, wie ich das dann fand. Geil, ich bin gespannt, ich bin gespannt. Ja, aber hier ebenfalls auf The Blob, wie auch immer heißen möchte, bin ich auch gespannt. So, dann kam jetzt per, was war das, per Apple oder per Sky, kam eine Newsmeldung raus, dass es jetzt bestätigt ist, dass Caitlin Dever in der zweiten Staffel The Last of Us die Abby spielen wird. Und irgendwie hatte ich das Gefühl, diese News existiert doch schon Ewigkeiten. Ja, also für mich, so, ich hab das gelesen und dachte so, okay, jetzt ist es offiziell. Aber das, oder beziehungsweise, wieso machen sie es denn erst jetzt? Weil das war doch schon die ganze Zeit irgendwie im Gespräch, dass sie sie spielen soll. Und ich bin gespannt, was Frau Dever, sag ich mal, transformatorisch in Angriff nimmt. Ob sie, ob sie wirklich sich, ja, die Figur von Abby draufschafft, um halt eben sie so zu verkörpern oder ob sie halt ähnlich wie bei Bella Ramsey sagen, na ja, mag vielleicht jetzt nicht ganz so dem, dem Spielbild entsprechen, aber go with the flow. Also, Ersterus wär cooler, oder? Weil das hat ja auch ganz viel von Abby aus gemacht, dass sie so muskulös war. Ja. Ja, also ich hoffe, sie macht's. Weil Caitlin Dever ist halt schon ein zierliches Persönchen. Aber die ist super. Die ist super. Also wirklich, ähm, darstellerisch find ich die Frau klasse und ich glaube, die ist da wirklich gut aufgehoben bei Last of Us 2. Warte, wo kenn ich die? Kann man die her kennen? Caitlin Dever? Ja. Booksmart zum Beispiel. Hab ich nicht gesehen. Ähm. Can't No One Will Save You? No One Will Save You? Ah, ja, ja. Kann man, ja. Oder diese Serie auf Netflix, wo sie vergewaltigt worden ist, ähm. Ja, die hatte ich nämlich auch angefangen, die ersten fünf Minuten und das war mir aber zu hart. Ja, die ist auch nicht. mit Toni Collette? Ich glaube, ja. Oder mit der anderen, mit der ich sie immer verwechselt. Also es ist keine angenehme Serie, ne? Also es ist schon, ist schon. Genau, die war nämlich in meinem Serienmarathon, war die ganz kurz dabei, auch geguckt zu werden. Weil du dachtest, ich muss irgendwelche Filme gucken, Serien gucken, die mich richtig runterziehen. Hauptsache skandinavisch schwarz. Nee, eh büster. Ja, genau. Das wurde mir halt vorgeschlagen, nach dem, was ich schon geguckt hatte. Und dann fing das aber an und dachte ich, es ist das Adolte schon ein bisschen. Ach, Ticket ins Paradies. Ja. Die war ja auch wichtig in dem Film, die Tochter. Ja, ja, voll. Für irgendeinen Grund muss man ja in den Urlaub fliegen. Hast du The Last noch was gespielt oder geguckt? Ich hab's nicht geguckt, ich hab zugeguckt, wie es jemand gespielt hat. Ich hab Teil 1 auf jeden Fall gespielt und ich bin noch in Teil 2 drin. Unbelievable hieß die Serie. Und war sie mit, ich verwechsel ja immer. Ach, und in Dope Stick war sie auch mit. In Dope Stick war sie auch mit. Ah, okay. Ja. Ja, wie gesagt, das ist auch, glaub ich, das Bild aus Snowman will save you, glaub ich, da kam mir das bekannt vor. Aber weiß ich nicht. Auf jeden Fall find ich ein gutes Casting. Bei der Serie sowieso, hast du das Gefühl, da ist immer nur einer, der das machen kann. Also, Pedro Pascal soll den Vater spielen. Man hat das Gefühl, ja, ach so, ist noch gar nicht bekannt. Macht er jetzt aber. Okay, ja, passt ja. Ja gut, ich glaube, es gab eine Menge Leute, die schon jemand anderes gerne als Berda Ramsey für Dings gesehen hätten. Aber, ey, ich find, ich mochte die Serie sehr, sehr, sehr gerne. Hab ich noch nicht gesehen. Nee? Hast du das Spiel gespielt? Nee, deswegen, das ist mein Problem. Ich hätte mir das als völlig unbefleckter angucken können und dachte gleichzeitig, was hab ich dann dazu beizutragen und ist das was für mich? Und Staffel 2 ist der zweite Teil? Last of Us 2 dann? Also wirklich wird 1 zu 1? Naja, also die Staffel, die erste Staffel endet ja genau wie das Spiel. Okay. Das erste Spiel. Ja, okay, krass. Da kann ich nicht gespoilert werden, dann bin ich an Bord. Ich fand's wirklich spannend, wie sie es, wie Teil 2, also Last of Us 2, wie das geschichtlich aufgezogen wurde. Ich bin gespannt, ob's nochmal so ein Shitstorm beziehungsweise so eine Aufregung geben wird. Bin ich echt gespannt, weil eigentlich sollten ja alle drauf gefasst sein, was passiert. Mal gucken. Mal gucken. Hast du's gesehen? Ich hab das Spiel auch nicht gespielt. Also eine sehr, sehr gute Serie. Ja. So, was bleibt noch? Was haben wir noch an News? Ja komm, das können wir auch schnell abhaken, oder? Der nächste Star Wars Film wird nicht, wie vielleicht irgendwie hier und da mal gedacht, der Film um Ray Skywalker sein, sondern, ja, The Mandalorian and Grogu. Also der Mandalorianer und Grogu kriegen einen nächsten Film. Parallel dazu ist eine News angekündigt, also wurde auch noch die News verkündet, dass Ahsoka Staffel 2 jetzt dann auch in Angriff geht. Was ich auch spannend finde, weil Ray Stevenson war schon eine sehr markante und tragende Rolle in dieser Serie und der ist ja leider verstorben und sein Ende in der Serie ist halt relativ offen, wie halt auch das gesamte Ende der Serie relativ offen ist. Ich bin gespannt, wie sie es machen, ob sie ihn jetzt komplett ersetzen durch einen anderen Schauspieler oder ob die Figur einfach gar nicht mehr auftaucht. Wäre schade. Aber Mando und Grogu als Film, ich weiß nicht, Star Wars ist nicht so dein Ding. Wie sieht's bei euch aus? Ich hab Mando mal angefangen, aber nicht zu Ende geguckt und Ahsoka hab ich gar nicht geguckt. Ich hab da irgendwie vor kurzem, mein ich gelesen zu haben, dass irgendwie schon Fans irgendwie wieder im nächsten Film hin oder irgendwie, mein der könnte das doch gut übernehmen. Also ich kann mir ja da gut vorstellen, dass sie da eine Neubesetzung machen und nicht irgendwie das inhaltlich neu ausrichten. Das wäre jetzt die Frage, ist das quasi eine Filmfortführung der Serie oder ist das ein reiner für sich stehender Film, wo man auch umbesetzen kann? Nee, ich denke, also wir reden jetzt von Mandalorian. Das wird ein Film sein, der auf meiner Ansicht nach die Serie aufbaut. Also quasi... Favreau ist doch mit dabei, also dreht den ja auf. Favreau wird inszenieren und Filoni ist wieder... Also wie bei den Marvel-Serien. Ja. Okay. Also ich denke mal, das wird alles, das wird... Weil sie nennen es Mandalorian und Grogu. Also muss es eigentlich nach der Serie spielen. Vielleicht spielt es innerhalb der Serie. Das kann natürlich auch sein. Aber vor der Serie wäre Quatsch, weil da gab's Grogu halt einfach noch nicht. Ja. Also den hat er noch nicht da. Aber ich kann mir vorstellen, dass das für Disney dann auch durchaus ein Experiment ist, zu gucken, wie denn so ein Projekt eingeordnet in alle anderen Projekte geguckt wird. Weil das ist ja beim MCU schon ein bisschen schief gegangen, zu sagen, wir packen da jetzt noch Serien ins MCU rein, dann müsst ihr noch mehr von uns konsumieren. Und irgendwann hat man ja so mitbekommen, sind die Leute auch ausgestiegen. Und das hat eben nicht dazu geführt, dass mehr Leute in die Filme reingegangen sind. Im Gegenteil. Und das ist ja jetzt mal... Gab's das schon bei Star Wars? Bei Star Wars noch nicht. Es gab halt zum Beispiel Firefly, darauf folgte Serenity. War vielleicht ein bisschen zu groß, der Abstand. Ich hab jetzt zum Beispiel gestern mit meiner Frau noch drüber gesprochen, es kommt jetzt ein Monk-Film. Ja. Und da hab ich aber auch gesagt, hm, weiß nicht, ob das so clever ist, weil Entourage kam halt auch viel, viel zu spät, der Film. Da hat's dann nicht mehr so Leute, also die Leute wirklich so gerissen oder interessiert. Und ich könnt mir vorstellen, dass der umgekehrte Weg, also erst mal, du hast drei Staffeln mit zwei Figuren, die die Leute wirklich ins Herz geschlossen haben, ich glaube, die werden alle in diesen Film gehen. Und ich glaube, damit hast du eine ganz gute potenzielle Zuschauerschaft. Ach, der soll ins Kino kommen dann auch? Der soll ins Kino kommen, ja. Ja, ich hab halt bei Grogu, wo wir's vorhin schon von Kalkül hatten, bei Saltburn, der ist für mich halt ein krasser kalkulierte Figur. Klar, Yoda wurde geliebt und du hast halt einen süßen Yoda. Und ich kam mit dem immer schwer dran, weil, okay, wenn ich das jetzt sagen klingt, natürlich albern. Ich hab ein Gefühl, Star Wars hat sich verkauft. Oder was? Nein. Wie konnte das passieren? Das ist nicht mehr mein Star Wars. Und ich glaube aber eben, man sieht ja, wie gut Grogu ankommt. Also es war ja nicht von ungefähr, dieses Kalkül dann, das ist schon eine smarte Idee, dann da raus, einen Film mit der Figur zu machen. Vor allem halt, du hast halt Leute, die drei Staffeln vorher alles gesehen haben. So. Und ich glaube, der umgekehrte Weg ist mittlerweile schwieriger, wenn du jetzt aus Filmen irgendwie eine Serie machst, weil du weißt nicht, wie kam der Film an oder machen willst. Weißt nicht, wie kam der Film an, am Ende kam er gar nicht so gut an und interessiert die Serie keinen mehr. Oder du machst halt diesen Fehler, wie jetzt bei Marvel, dass du halt in der Serie plötzlich Figuren hast, die in den Filmen ganz anders sind. So, und du dich fragst, hä, aber das ist doch nicht mehr meine Figur oder was mach ich denn mit der jetzt hier und so? Ja, ich wüsste gerne, aber ich glaube, Disney haut da keine Zahlen raus, wie viele zum Beispiel Miss Marvel geguckt haben. Weil man müsste ja denken, die Leute, die Miss Marvel geguckt haben, die müssten dann alle in The Marvels reingegangen sein. Aber vielleicht ist ja Miss Marvel schon nicht so gut angekommen. Ja, ähm, meine Frau hat mir so eine Statistik geschickt. Moment mal, Kurt. Aber bei The Marvels am Anfang wird ja anscheinend auch die ganze Serie von Miss Marvel zusammengefasst. Also kann man sich das Ganze dann auch sparen. Hat immer sich die Serie sparen können, wenn man den Anfang von Marvels dann gesehen hat. Naja, ich hatte die Serie ja kurz vorher quasi geguckt und dachte, das muss ich jetzt, also das ist ja das Ding, das Denken, ich muss das jetzt machen, damit ich The Marvels in Anführungsstrichen verstehe oder Figuren nachvollziehen kann. Aber dann kommt ja das, was Schröck gerade sagte. Dann guckst du dir WandaVision an und denkst, ja, das ist Wanda. Und dann kommt Doctor Strange 2 und du denkst, Moment, die war doch schon ganz anders. Das ist doch nicht Wanda. Ja, aber bei Marvels war es besser. Also ich hatte gar nichts gesehen, was man davor hätte sehen müssen und hab den Film gut verstanden. Ob man gut und diesen Film in Zusammenhang bringen möchte, das ist jetzt mal dahingestellt. Aber das konnten sie immer ganz gut, fand ich, das noch schnell zusammenfassen, was man dann verstehen muss und die kleinen Easter Eggs konnte man sich dann selbst raussuchen. Was natürlich aber auch, sag ich mal, immer so ein bisschen die Frage ist, okay, wenn alles, was Miss Marvel erzählt hat, in fünf Minuten passt, muss ich mir dann wirklich zwei Stunden Miss Marvel angucken. Es gibt eine Hochrechnung, Most In-Demand Streaming Originals released in 2023, Platz 1 One Piece, Platz 2 Ahsoka, Platz 3 Secret Invasion. Und die wurde aber am meisten gehasst. Dann hast du noch Gen V, Daisy Jones in the Six, Blue Eyes Samurai, Monarch, The Night Agent, Squid Game, The Challenge und The Fall of the House of Usher. Das sind die zehn meistgesehenen Serien in Amerika, muss man dazu sagen, dieses letzten Jahres. Nee, Amerika macht dann mehr Sinn, weil ich glaub, da haben mehr Leute Apple Plus. Es hätte mich jetzt gewundert, dass Monarch in Deutschland so weit oben ist. Nee, nee, nee. Weil Apple ist ja in Deutschland jetzt nicht so, traurigerweise nicht so beliebt. Also, Spitzenreiter One Piece erreicht in seinem ersten Monat nach der Veröffentlichung im August eine Nachfrage, die 52,8 Mal höher war als der Durchschnitt anderer Shows. Wow. Und bei Ahsoka zum Beispiel war es 50,7 Mal. Bei der Beides ist eine starke Fangemeinde hin. Also, Star Wars klar und One Piece ist der krasseste Manga ever in Japan und Amerika auch. Ja, also, dementsprechend. Hey, ich freu mich drauf, ich bin gespannt. Da sind die richtigen Leute am Start und wenn sie jetzt auch noch richtig Kohle da reinstecken können, dann könnten wir ja schon mal wieder ein schönes Star Wars zwangloses Abenteuer genießen. Das fänd ich halt am geilsten, weil die haben ja den Vorteil, da ist ja nicht so viel Ballast. Ja, da hast du ja keine, weiß ich nicht, Skywalkers und Machtkräfte, die plötzlich irgendwie Ad absurdum gefühlt sind. Das ist das Schönste an Ender, muss ich ja sagen, dass mal dieser ganze Ballast mal weg ist. Danke, hey, das seh ich genauso. Seh ich genauso. Ja, so. Dann, was war's noch? Ah ja, es gibt Neuigkeiten zu, und ey, die ist an mir vorbeigegangen. Ja, total. Die nackte Kanone wird gere-maked, ne, beziehungsweise wird fortgesetzt. Denn, ähm, Liam Neeson soll Frank Drabben Jr. spielen. Ist das ne Fotomontage von euch? Oder ist das das? Okay, ich war grad gut. Nein, das ist schon, das ist doch gut. Ja. Ähm, Produzent ist allerdings Seth MacFarlane. Was ich nicht so stark finde, ja, beziehungsweise was mir ein bisschen Angst macht. Ja, Six Million Gags to Die in the West war für mich echt ein schwerer Schlag, den ich erst mal lange Zeit verkraften musste. Ich weiß, mit The Orville hat er sich wieder rehabilitiert, aber trotzdem. Und trotzdem bin ich auch ansatzweise hoffnungsvoll. Regie wird nämlich Akiva Schaffer äh, führen. Das ist einer von den Lonely Island Jungs. Oh. Der auch mitschreiben wird. Also, und Seth MacFarlane hat jetzt grade in einem Gespräch, Interview mit, äh, Collider gesagt, ja, ja, da gibt's jetzt einen neuen Drehbuchentwurf und das Ding ist noch auf jeden Fall am Leben. Okay. Und endlich Liam Neeson mal wieder in der Komödie. Es reiht, also man muss nicht alles von ihm gesehen haben, aber allein die Szene in Ted 2. Ja. Mit Liam Neeson. Es ist, es ist großartig. Oder wo war er? Bei Ricky Gervais? War das nicht mit Ricky Gervais? Wo er auch, ich glaub... Er war ja auch in Million Ways to Die in the West. Da war er nicht der Schwachpunkt. Nee, nee. Aber der kann richtig witzig sein. Ich freu mich total. Also, und vor allem ihn als Frank Drabben Jr. Ich bin echt gespannt. Wer sieht so glücklich aus aus dem Bild. Ich bin gespannt, aber auch ein bisschen skeptisch. Oder nicht? Natürlich ist man ein bisschen skeptisch so. Ich bin schon gekauft, das Bild. Ja. Aber wer weiß, vielleicht, ähm, vielleicht. Die Chancen stehen 50-50, könnten allerdings auch noch 50 Prozent sein. Popstar, äh, Never Stopping. Never Belief? Nein. Nein, doch. Never Stopping. Fantastisch. Fand ich, äh, Fand ich einen geilen Film. Ja. Ich mag auch diesen Tennis-Film von denen. Ich mag auch diesen, äh, dieses hier, äh, wie heißt der? Richard Bolton? Nee. Wie heißt der? Der, der, äh, mit denen... Will Stuntman? Nee, nicht der, äh, der... Hot Rodney. Ja, doch, den meinte ich. Nee, der hat mit denen dieses, This is the Tale of Captain Jack Sparrow, ähm, wo sie halt so ein, Der ältere? Der ältere, genau. Michael Bolton. Michael Bolton. Ah, okay. Der hat so ein sexy, äh, Charity Special oder sonst irgendwas, wo er halt am, genau, Valentinstag, und dann soll er halt irgendwie die Liebe in der Welt wieder ankurbeln und deswegen macht er so eine Art Hotline-Aktion. Nein, ich hab die gehört. Wo die Promis... Kann man sich auf Netflix, glaub ich, angucken, okay? Ähm, und diesen Seven Days in Hell, diesen Tennis, dieses Tennis-Match, fand ich auch toll. Also ich find, ich mag den Humor der Loneal und Jungs. Ja, äh, der Everything is Awesome-Song? Zum Beispiel. Also, ich glaube, das könnte vorsichtig was werden. Ja. So, und bevor wir jetzt, äh, noch zu den Golden Globes kommen, einmal kurz der Hinweis, ach nee, sind wir jetzt bei den Golden Globes. Ich hätte jetzt noch kurz drauf hingewiesen. Äh, nächsten Dienstag, ähm, machen unsere Freunde im Savoy vom Filmclub, ähm, eine... Edge of Tomorrow. Ein Screening von Edge of Tomorrow. Das war wohl, wenn ich's richtig verstanden hab, der allererste Film, den sie im Filmclub gezeigt haben, im Savoy. Und jetzt zeigen sie ihn noch mal. Hm. Das ist quasi so ein Jubiläum. Filmclub, Filmclub. Filmclub, Filmclub. Aber Edge of Tomorrow noch mal im Kino? Der war cool. Ich mag den inzwischen deutlich mehr, als ich ihn am Anfang mochte. Heißt der jetzt Live, Die, Repeat? Oder hieß er vorher Live, Die, Repeat und heißt jetzt Edge of Tomorrow? Oder es ist eines Englisch und das andere der deutsche Titel? Er hieß mal alles. Er hieß ja auch mal All You Need Is Kill. Genau. Er heißt im Heimkino in Deutschland heißt er Live, Die, Repeat. Echt? Also so steht meine Blu-ray im Regal. Da steht Live, Die, Repeat. Ich dachte immer, das wär der Untertitel. Ja, dachte ich auch, aber dann stand nur noch das da, als hätte er ihn so verschlungen, den Edge of Tomorrow. Da hätt ich auch echt Bock auf die Fortsetzung, wenn sie dann noch mal käme. Aber scheint ja nicht ausgeschlossen zu sein. Also es gibt ja hier und da, wird gemunkelt. Ist der nicht von Warner und hat nicht Tom Cruise jetzt gerade diesen vierten Warner-Deal ausgepackt? Genau, Tom Cruise wird jetzt gerade von Warner umgarten, beziehungsweise hat jetzt mit Warner irgendwie so ein Deal gemacht und ja, warum nicht? Ja, da bin ich dabei. Ja, da bin ich dabei. Und habt ihr, hast du mitbekommen, Paul Thomas Anderson, was der jetzt als nächstes macht? Ja, ich hab's gelesen. Leonardo DiCaprio, Sean Penn, Regina Hall. Ja, bin ich auch gespannt. Bin ich auch gespannt. So. Und dann, Golden Globes. Was sagt der? Seid ihr zufrieden? Habt ihr, ist das eingetreten, was ihr erwartet habt? Ich war überrascht, dass Poor Things Barbie schlagen konnte. Ich hatte ja damit gerechnet, dass keine von beiden gewinnt. Nee? Also jetzt nicht jemand anders. Also ich hatte jetzt nicht einen anderen Film im Favoriten. Ich weiß jetzt auch ehrlich gesagt gar nicht, welche noch nominiert waren, außer der mit Jennifer Lawrence, glaube ich. Air, American Fiction, Barbie, The Holdovers, May, December. Genau, also es war jetzt nicht so, dass ich für irgendeinen der anderen Filme war, aber ich bin davon ausgegangen, dass die sich gegenseitig die Stimmen wegnehmen. Weil das ja eigentlich thematisch sehr ähnliche Filme sind und auch beide einen entsprechenden Bass generiert haben. Und ich hätte gedacht, deshalb machen das die anderen unter sich aus. Also da war ich ein bisschen überrascht. Ja, also wie gesagt, mich überrascht Poor Things. Ich hab ihn gestern zum zweiten Mal gesehen und, ähm, dass die Leute den so gut finden oder so lustig finden, freut mich. Aber ich bin gespannt, ob er bei der breiten Masse so ankommt. Ich hab ihn auch gesehen und du ja dann auch, oder? Wenn du so drüber sprichst, vom thematischen Herb, Poor Things und Barbie, genau. Dieses beide Emanzipationsthema, aber Poor Things geht da weniger toxisch ran. Aber wir müssen das Barbie-Faster hier jetzt nicht unbedingt aufmachen. Deswegen freut's mich, dass Poor Things da ein bisschen sich angleichen konnte. Und ich muss sagen, nachdem ich's gestern noch mal gesehen habe, ähm, Emma Stone find ich halt großartig in der Rolle der, der, der Bella. Bella, Bella, Bella Baxter. Ähm, deswegen, also, freut mich, also, hätte ich nicht gedacht. Ich dachte eigentlich, was hier so Comedy, in der Sparte Comedy, die Musical und halt beste weibliche Hauptdarstellerin, und dass Poor Things da nicht die größten Chancen hat. Ja, aber das wird man bei den Oscars noch mal sehen. Beste animierte Film, Der Junge und der Reihe, wundert mich auch. Aber hast du gesehen, hier gerade in Deutschland? Wie der gut gelaufen ist, ja. Also, Der Junge und der Reihe, der Raus aus dem Teich und noch ein Animationsfilm. Wish wahrscheinlich war noch. Ja, sind gerade richtig stark in Deutschland unterwegs, so. Aber Raus aus dem Teich kommt doch noch fast übermorgen schon wieder, kommt doch schon in den Stream auch rein, ja? Genau, und hier, Der Junge und der Reihe, was ich so aus meiner Künstlerfilterblase mitkriege, dass es für ganz viel ist, das ist der erste Ghibli-Film, den die im Kino sehen können. Also, dass da, keine Ahnung, woher das kommt, dass die da, dass die ganz viel von, auch Nostalgie mitkriegen. Ja, krass. Weil, wie der Wind sich hebt, The Wind Rises, ist das auch nicht so lange. Aber der ist nicht so fantastisch. Nee, der ist nicht so fantastisch. Der erzählt ja eher, das ist wie eine Doku. Ja, aber freut mich, dass der auch, ich meine, was lief denn da? Elemental, Spider-Man Across the Spider-Verse, das wäre eigentlich für mich so ein sicherer Golden Golden. Aber es ist so ein Hollywood Foreign Press-Move, finde ich, dass sie dann den Junge und der Reihe nehmen. Ja, um nochmal Miyazaki zu würdigen. Ja, sowas, die machen manchmal sowas. Es gibt ja den bösen Satz von dem schon von uns im Vorgespräch erwähnten, Ricky Gervais, dass die alle nur einladen, damit sie einen Award kriegen und dann mit denen Party machen können. Ja, deshalb ist ja auch, ist ja auch zum Beispiel in so einer Konkurrenz eine Jennifer Lawrence für No Hard Feelings drin, weil sie danach gehen, wer kommt auf den roten Teppich. Ja, mit wem können wir Quote machen. Stichwort The Tourist. Ja, ja. Das ist kein Kühl. Ja, ähm, ich war ein bisschen, ich war ein bisschen irritiert. Also Oppenheimer, bester Film im Drama-Bereich. Okay, kann man machen. Wenn Anatomie eines Falls bester fremdsprachiger Film wird, verstehe ich das zum Beispiel. Killers of the Flower Moon, ja, war mir eigentlich klar, dass der nicht so, äh, und große Rollen spielt. Maestro auch nicht. Äh, Zone of Interest war auch nominiert. Für? Bester fremdsprachiger Film? Nee, bestes Drama. Ah, okay, krass. Bestes Drama. Aber dass Oppenheimer sowohl bestes Drama gewinnt, als auch beste Regie, hätte ich nicht gedacht. Hätte ich halt auch nicht gedacht. Da hab ich gedacht, okay, da wollen sie Nolan eher nochmal einen reinwürgen und ihn da eher ignorieren, aber dass er jetzt halt den Globe für die beste Regie kriegt. Dass Robert Downey Jr. den Globe kriegt für die beste Nebenrolle, find ich, find ich absolut nachvollziehbar. Also, das ist eine Rolle, die finden gerade solche Leute cool. Ja. Er ist schwarz-weiß. Und er ist schwarz-weiß. Und ich mein, man muss ja auch mal sagen, Robert Downey Jr. macht's ja auch gut. Er macht's gut. Und es ist auch da wieder, ohne jetzt der Hollywood Foreign Press Association das alles vorzuwerben, aber es ist ein großer Name. Und sie, ich kann mich noch erinnern, dass er vor ein paar Jahren Christian Slater für Mr. Robot ein Globe bekam und ich dachte, äh, was? Na ja, aber der war auch gut. Ja. Ja. Aber das halt Cillian, Cillian, Cillian? Cillian. Cillian Murphy, beste männliche Hauptrolle? Das war doch klar, oder nicht? Wir sitzen auf unserer Couch, zwei Oppenheimer Leute, also, wir machten ja Ball nicht so gerne. Nee. Also, das war doch, also, das hat dich alles gewundert? Weil für mich war das alles gesetzt. Äh, Cillian Murphy hat mich tatsächlich gewundert. Wer war denn da nochmal in der Konkurrenz? Das weiß ich jetzt auch nicht aus dem Kopf. Leonardo DiCaprio wahrscheinlich? Ja, genau. Andrew Scott, All of Us Strangers. Barry Keegan, Saltburn, Bradley Cooper, Maestro, Roman Domingo, Rustin, Leonardo DiCaprio, Killers of the Flower Moon. Okay, bis auf Leo waren es ja ziemlich kleinere Filme dann. Deswegen war es wahrscheinlich für dich gesetzt, oder? Nee, weil ich, ich hab Oppenheimer gesehen und hab noch im Saal gesagt, die kriegen beide die Oscars. Weil es Oscar Bait ist oder weil es eine Leistung hat? Weil es hervorragende Leistungen sind. Okay. Also, bei Robert Downey Jr. geh ich mit, bei Murphy würde ich sagen, ja, das war eine gute Leistung, aber ob die jetzt wirklich den Oscar kriegen sollte? Na, er hat halt sehr viele Close-Ups und muss halt sehr viel mit seinem Gesicht machen. Ja, aber, ne, Ich hab mich eher an ihn erinnert als an Robert Downey Jr. Echt? Ja, die Rede, die er hält und dann kommen die Sounds drüber von der Atombombe. Also, für mich hat Robert Downey Jr. den Film ein bisschen gestohlen. Ich mochte ja den ganzen Teil mit Robert Downey Jr. nicht so gerne. Ja, gab's ansonsten irgendwas? Holdovers haben doch alle auch, haben doch auch mindestens zwei. Ja, Ciamatti freut mich sehr und Holdovers, dürfen wir über den schon reden? Ich hab ihn leider noch nicht gesehen, aber ich hab bisher so viel Gutes über den gehört. Ich muss sagen, ey, ich versteh nicht, was, also, ich hab's ja schon geschrieben, ich versteh nicht, wie Payne das immer hinkriegt, in den Filmen geht's eigentlich um wenig, ja, und er ist auch lang, aber am Ende saß ich da und war echt. Auch zwei Stunden. Ja, aber dafür, dass es halt eigentlich darum geht, dass er da seine, seine Ferien da verbringen soll, also, das ist wie der Club der Toten Dichter im Einzelunterricht. Mhm. Und ich fand das aber wirklich, ich bin da sehr mit, ich bin da sehr mitgegangen und wenn, wenn, wenn Paul Ciamatti da am Ende steht und sagt, this eye, das fand ich schon sehr, sehr cool. Das fand ich schon sehr, sehr cool. Also dürfen wir drüber reden? Ich hab schon Reviews, ich hab schon deutsche Reviews überlesen, also ja. Ja, der hat schön gemenschelt. Ja, der hat schön gemenschelt. Und ich weiß gar nicht, ist die, ja, die Davine Joy Randolph beste Nebendarstellerin, die fand ich auch cool. Die Köchin? Die Köchin, genau. Ah, süß, okay, die war schön, die war schöne Mischung aus tough und empathisch. Genau. Was haben wir noch? Beste Regie, ja, bestes Drehbuch Anatomie eines Falls. Warum war Sandra Hüller angepisst? Weil sie die, sie war auch nominiert für irgendwas? Erste weibliche Hauptrolle. Erste weibliche Hauptrolle. Ah, okay, ja, versteh ich. War sie angepisst? War sie angepisst? War sie angepisst oder war sie so enttäuscht wie Bradley Cooper? Das ist ja die Frage. Bradley Cooper war enttäuscht? Bradley Cooper war schon sehr enttäuscht. Oder so wie Jennifer Lawrence, If I don't win, I leave. Dann hätte Bradley Cooper vielleicht vorher noch mal seinen Film schauen sollen. Ja, aber wenn du so in der, wahrscheinlich so in der Zone, also so im Tunnel bist und das irgendwie so lange dich vorbereitet hast und dann denkst, das ist mein Oscar-Film, jetzt krieg ich ihn endlich. Aber ich weiß nicht, es sind ja nur die Golden Globes. Aber ich weiß nicht, wer das gesagt hat, irgendein Schauspieler, irgendein deutscher Schauspieler hat gesagt, wenn du Schauspielst, um Preise zu gewinnen, dann werd kein Schauspieler. Ja. Also das finde ich, ist eine sehr schwierige, oder um berühmt zu werden oder so, das ist, glaube ich, sehr unsympathisch, sag ich mal so. Ja, aber ich finde bei dem Film, oder bei der Performance von Bradley Cooper, wenn du, manchmal hast du das Gefühl, so das ist, also Kelly Murphy ist Oppenheimer, kann man jetzt ja sagen. Auch wenn es nicht so gut fanden wie die anderen. Aber bei Maestro hatte ich immer das Gefühl, Bradley Cooper imitiert Leonard Bernstein und ist nicht Leonard Bernstein, sondern du hast das Gefühl, er macht ihn nach. Meine Worte. Kann ich auch sein? Ich finde, er imitiert ihn, er interpretiert ihn nicht. Und auch nicht gut noch dazu. Und dann halt mit der Nase, ey, lass die Nase doch weg. Weil er, also ich weiß nicht, habt ihr den im Original mal gesehen? Ja. Ich finde halt dieses Neseln, ich hab mir echt, ich hab mir zum Vergleich Bernstein in Jung und Alt Aufnahmen angeguckt und er neselt nicht so krass wie Bradley Cooper in dem Film. Und ich glaube, es liegt halt mit an der Nase, die ihm halt einfach auch keine Luft zum Atmen lässt. Also, ist halt einfach mein Eindruck, was soll ich sagen? Ja, es stört mich nicht, dass er die Nase da drauf hat. Nein, doch nicht. Aber dieses Neselnde, das hat mich im Film echt, das ging mir irgendwann auf den Sack. Ja, und dann hab ich halt mal geguckt, hat der wirklich so gesprochen? Weil wenn er es wirklich so gesprochen hat, dann Chapeau, Herr Cooper. Ja, also dann ist das wirklich gut gemacht. Aber er hat nicht so gesprochen. Nee. Und ich mein, ich bin ja da, ich bin ja wie gesagt, auch wirklich enttäuscht. Ich mein, ich hab mir so viel dann irgendwie durch, zu Bernstein irgendwie durchgelesen und hab mir gedacht, warum ist das denn nicht im Film? Ja, du weißt nach irgendwie dem Wikipedia-Artikel mehr über Bernstein und hast auch mehr ein Gefühl dafür, was das war oder was er für ein Genie war als nach dem Film. Nee, ich mein, ich find's ja gut, dass man keine, also verfilmte Wikipedia-Artikel sind ja als Biopic auch immer ein bisschen kacke so, ne? Aber, oder nicht wirklich das Ideale so. Ich find schon, so ein Ansatz wie zum Beispiel Steve Jobs von Danny Boyle, sowas mag ich ja. Also Filme, die halt versuchen, mal was anderes zu machen. Und trotzdem versuchen, der Figur nahe zu kommen oder hier I'm Not There, wo es um, um, Bob Dylan ging. So, fand ich auch ein spannendes Ding. Also, ich mag klassische Biopics, ja, und ich mag aber auch diese, diese neuen Ansätze. Aber Maestro war irgendwie nichts von alledem. Tolle Carey Mulligan. Ja, und am Ende hab ich gedacht, ich guck mir einen Film über Carey Mulligans Figur an, aber der heißt halt nicht Theresa oder wie sie hieß, sondern er heißt halt Maestro. Warum? Ja, Schade. So. Über Serien werden wir anhand unseres Bada Binge Podcasts reden. Also, über die Winner und Verlierer und so weiter und so fort. Deswegen geh ich jetzt nicht auf die Serien ein. Ansonsten, das bleibt noch übrig. Billie Eilish hat einen Golden Globe für den Barbie Song gewonnen. Und Barbie hat natürlich dann halt hier diesen Popcorn Kino Award. Er hat am meisten Geld eingefahren. Da hab ich aber nicht ganz verstanden. Hat er wirklich dann Barbie gewonnen, weil er der erfolgreichste war? Oder durften die noch mal in dem abstimmen? Weil sonst ist es ja, ist ja überhaupt nicht überraschend. Da muss man einfach nur auf die Zahlen gucken. Deswegen hab ich die Echo-Verleihung nie. Genau, die war nämlich genauso. War das Echo? Da durften die wenigstens? Ich dachte Echo. Das war die Kritik dann da dran. Warum gibt's denn überhaupt? Lies die Zahlen nach und man weiß, wie man sind. Ja, da muss man doch gar keine Nominierten machen. Und weil du ja nun, also wenn man jetzt böse wäre, es gab ja vorher die Entscheidung, dass du die Preise gewonnen hast. Die erfolgreichsten halt. Okay. Ich dachte, es wäre halt einfach so, hier ist der Award, du warst dieses Jahr der erfolgreichste Film. Viel Spaß. Deshalb hat zum Beispiel John Wick eine Golden Globe-Nominierung oder es gibt drei Golden Globe-Nominierungen für den Super Mario-Film. Ja. Was wolltest du sagen? Ich wollte sagen, das ist doch für mich ein bisschen das Reinmogeln gewesen von Barbie, wenn das die Entscheidung nicht vorgegeben hätte. Also ich glaube, das ist ja seit letztem Jahr schon. Ja, das meine ich ja, aber du hast dann, natürlich haben die dann das ein bisschen aufgeblasen, schätze ich mal. Ja. Aber, naja. Es hat kein Zack Snyder-Film gewonnen. Nee. Habt ihr die Ehren-Oscars mitbekommen? Nee. Die wurden nämlich auch noch verliehen. Angela Bassett hat unter anderem einen bekommen und Mel Brooks auch schön hat einen bekommen. Darunter noch die Filmeditorin Carol Liddleton und mehr sehe ich jetzt hier gerade nicht. Ja. Die haben... Was ist denn Angela Bassett einen Ehren-Oscar? Das hab ich mich auch gefragt. Wie? Also, nee. Generell warum? Weil die kann doch noch... Die kann eigentlich noch spielen. Ja. Ich meine, sie ist natürlich jetzt schon für... Sind wir ehrlich, eine Frau ihres Alters gibt's in Hollywood garantiert nicht mehr die gleichen Drehbuch... Also die gleiche Ausmaße oder die gleiche Masse an Drehbüchern, aber... Das ist aber ein Eingeständnis dann, ne? Ja. Hier, danke. Jetzt musst du auch nichts mehr machen. Genau. Das ist dann so ein bisschen das Geschmäckle dann nebenbei. Und dann kriegst du ja nicht mal auf der geilen Veranstaltung verliehen, sondern vorher. Ja, oder halt, ne? Naja, du hast's nie ganz gepackt, aber hier hast du einen. Weiß ich nicht. Ich find eigentlich, ich seh den Ehren-Oscar schon eben als ne Ehrung. Vielleicht hat man nie irgendwie den Film, vielleicht war die Kampagne eines anderes Films stärker, vielleicht war die Academy zu sehr geeicht. Ich mein, ich hab auch nie verstanden, warum Christoph Waltz nach Inglourious Bastards für Django Unchained nochmal den Oscar bekommen hat. Aber wenn du halt einmal ne Killer-Performance ablegst und legst dann ne Performance hin, die halt im nächsten Jahr oder bei der nächsten Verleihung mindestens da dran ist, dann bist du wahrscheinlich bei den Leuten einfach hoch im Kurs und dementsprechend wirst du halt gewählt. So, aber ob das wirklich verdient war in dem Jahr oder nicht, weiß ich nicht. So, kann man drüber streiten, beziehungsweise man kann immer drüber streiten, aber ich hätte gesagt, ja, da kann man vielleicht auch jemand anderen nehmen können. Aber ja, so kannst du halt immer einem Oscar vorbeischrammen und dann ist es zumindest meiner Ansicht nach cool, noch einen Ehren-Oscar zu bekommen. Manchmal ist es ja auch nur die Konkurrenz. Also wer sagt uns denn zum Beispiel, dass in dem Jahr, nehmen wir dieses Jahr Zone of Interest, vielleicht würde Zone of Interest, hätte vielleicht in einem anderen Jahr einen Golden Globe gewonnen, aber nicht in einer Konkurrenz zu Oppenheimer Klass. Und ich bin ja immer noch, also ich reg mich ja zum Beispiel immer noch über diesen Oscar für Al Pacino auf, weil der macht halt Pate und Scarface und, naja, Scarface noch nicht, aber Serpico und noch ein paar andere Filme, und dann kommt der Duft der Frauen und dafür kriegt der einen Oscar. Also das finde ich schlimmer. Das finde ich schlimmer. Ich sage nichts gegen den Duft der Frauen. Das ist ein schöner Film. Pacino spielt auch gut. Aber jetzt mal bitte. Aber das passt doch zu der Theorie. In den anderen Jahren gab es halt so viel Konkurrenz und das kriegt er halt noch schnell für irgendwas anderes Konkurrenz. Ja, ja, aber das meine ich. Aber das finde ich halt immer das Unschmeichler-Schmeichelhafte. Dann lieber den Ehren-Oscar. Dann lieber den Ehren-Oscar. Genau. Das finde ich halt auch, dass man lieber den Ehren-Oscar gibt und sagt halt ... Den haben es nicht rechtzeitig gerafft, Oscar. Es tut uns leid, wir haben es halt jahrelang verpeilt, aber hier, bitte. Genau. So. Liebe Leute, vielen, vielen Dank fürs Mitmachen. Vielen, vielen Dank. Euch da draußen vielen Dank fürs Zuschauen. Auch nochmal danke an den Supporters-Club fürs Unterstützen. Und ja, ey, was waren eure Gewinner bei den Golden Globes? Welche Frage hatte ich vorhin? Ach ja, genau. War der weiße Ork bei Hobbit wirklich ein Ork? Oder war es jemand anderes? Äh, ein anderes Vieh? Lieben Dank, Schlogger. Lieben Dank, Timo. Lieben Dank, Antje. Wir sehen uns ja hoffentlich demnächst dann nochmal. Und ansonsten habt ein schönes Wochenende, habt eine schöne Restwoche. Viel Spaß im Kino oder eben auf der Couch. Tschüss. Ciao. Diese Sendung kannst du als Video schauen und als Podcast hören. Mehr Infos unter rbtv.to slash kino plus.